Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem neuen Video. Dies ist der dritte Teil unserer Serie im Nebel der Geschichte. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und jetzt starten wir. Danke. Im ersten Teil unserer Reihe, die Frauen im Nebel der Geschichte, da wurde ja anhand des Buches von Peter Franz Josef Müller, meine Ansicht der Geschichte von 1814, dessen These aufgezeigt, dass es vor etwa 700 Jahren eine Kultur in Mitteleuropa gegeben hatte, die noch nicht katholisch geprägt gewesen war und in der eine allgemeine Wohlfahrt herrschte. Die Sprache dieser Kultur war die in Anführungszeichen Ursprache Deutsch. Um nun von dieser allgemeinen Wohlfahrt dieses in Anführungszeichen Urreiches abzulenken, wurde diese Kultur mit einer gezielten Katastrophe überzogen. Diese fand gewollt keinen Eingang in die Geschichtsbücher der Menschheit. Sehr wahrscheinlich handelte es sich dabei um einen gezielten Angriff, der mit anderen heutigen inszenierten Krisen oder Pandemien durchaus vergleichbar ist. Um sowohl den positiven Urzustand des Deutschen Reiches wie auch die Vernichtung desselben und die Unterjochung durch den Vatikan vergessen zu machen, wurde die über Jahrhunderte sich hinziehende Fälschung der Geschichte inszeniert. Diese hält bis heute an. Federführend bei dieser größten Verschwörung überhaupt, in welche zahlreiche andere kleinere Verschwörungen wie Puzzleteile hineingehören, waren Frankreich und Italien. Die Drahtzieher sind in etwa durch den Begriff des Renaissance-Humanismus gekennzeichnet. Und im zweiten Teil unserer Reihe, »Die Frauen im Nebel der Geschichte«, da wurde ja anhand des Buches von Andreas Ferch mit dem Titel »Die Kultur der Frauenberge – Unsere verschollene Geschichte« von 2020 dargelegt, dass dieses unklar gebliebene deutschsprachige Reich von zahlreichen sogenannten Frauenbergen geprägt gewesen sein könnte. Das Charakteristische dieser Frauenberge war, dass es weise, heilkundige Frauen waren, welche dieser Kultur ihre so ganz andere, positive Qualität aufprägten. Die Frauenberge sind überall im Land zu finden und hatten mutmaßlich eine dezentrale Struktur für eine nicht zu große Anzahl von Menschen. Dabei wurde die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die Türme, Burgen und auch Kirchen schon in heidnischer Zeit gebaut wurden und nur von der neuen, nun patriarchal ausgeprägten in Anführungszeichen Religion mit Gewalt übernommen worden waren. Und Religion ist ein Begriff, den es zuvor wohl noch gar nicht gegeben hatte. Und ein Überbleibsel aus der vorchristlichen Zeit des 13. Jahrhunderts sind die zahlreichen Benennungen von Kathedralen und Kirchen »Unsere liebe Frau« bzw. »Maria« oder »Notre-Dame«. Ursprünglich wurden diese heiligen Frauen als »Beten« bezeichnet, »Ambett, Willbett und Borbett« und ähnliche Bezeichnungen. Und in diesem dritten Teil unserer Reihe möchte ich an einem Beispiel aufzeigen, wie das in den beiden ersten Teilen dargestellte die Wirklichkeit unserer tatsächlichen Geschichte auch widerspiegelt. Denn ein alter Name meiner Heimatstadt Worms der weist direkt auf die drei Beeten hin, und zwar Borbettomagus. Männliche Geschichtsfälschungen und tatsächliche weibliche Ursprünge in Worms am Rhein. Der weibliche Ursprung Worms von der Göttin Borbett und die planmäßige Vernichtung des deutschen Heidentums durch Frankreich. Dieser kurze Ausschnitt aus einer wissenschaftlichen Kulturzeitschrift aus dem Jahre 1938 ist nicht nur für Worms von grundlegender Bedeutung, sondern für eine ganze verschollene Kultur, deutschlandweit, wohlmöglich europaweit. Worms ist ein Kristallisationspunkt, dessen Geschichte wie ein Spiegelbild dessen verstanden werden kann. Darin heißt es Borbettomagus Worms Ein Beitrag zur Sprach- und Religionsgeschichte unseres Volkes Von Hans-Christoph Schöll Heidelberg Nicht häufig spricht Geschichte und Schicksal einer Stadt so vernehmlich aus dem Bild ihrer Kirchen, Plätze und Häuser wie in der Nibelungenstadt am Rhein. Und es sind wenig Städte in Deutschland, deren graues Alter so unmittelbar aus den Resten älterer Bauzeit abzulesen ist wie in Worms. Aber die Geschichte der Stadt offenbart sich uns noch in einem ganz anderen Zusammenhang. Wenn vom alten Worms auch nicht ein Stein mehr zeugte und wenn nichts mehr von einer Siedlung an dieser Stelle kündete als sein Name, so genügte dieser Name, um uns nicht nur die älteste und spätere Geschichte der Stadt zu erschließen, sondern dieser Name erzählte zugleich von der ältesten und späteren Geschichte unseres Vaterlandes. Noch mehr. Über die äußeren Geschicke dieses Landes und seiner Bewohner hinaus führt uns dieser Name Worms hinein in die Geschichte ihrer Sprache und Gesittung, ihres Glaubens und ihrer Weltanschauung durch all die Jahrtausende, die in diesem Namen, von seiner ältesten Form über seine verschiedenen Abwandlungen bis zur heutigen Form Worms, beschlossen liegen. Zitat Ende. Autor dieser Zeilen ist der Forscher Hans-Christoph Schöll. Er hat gelebt von 1888 bis 1958, der vor dem Zweiten Weltkrieg bisher kaum beachtete Zusammenhänge erkannte. 1936 veröffentlichte Scholl sein Buch »Die Drei Ewigen«. Darum geht es. Zitat Diese Schrift gibt inhaltlich, wie auch in der Forschungsmethode, eine vollkommen neue Entdeckung, die für das Verständnis der altgermanischen Glaubenswelt von der Edda grundlegend ist. Die zahlreichen Matronensteine und Bilddarstellungen aus dem germanischen Siedlungsgebiet von Tirol bis nach Island, wie auch älteste Märchen und Sagen, ergeben unzweifelhaft, dass die Germanen eine dreifaltige Muttergottheit, Sonne, Erde und Mond, verehrten, die im Volksglauben als Inbegriff ewig sich erneuernden Lebens erhalten blieb und in die christliche Vorstellungswelt als Legende von den drei Schwestern einging. Zitat Ende Beginnen wir mit der Stadt Worms in der Darstellung aus dem oben abgebildeten Artikel aus dem Worms-Gau. Am Anfang, und das ist die offizielle Ansicht, stand der Stadtname Borbetomagus. Doch was bedeutet er? Die Forscher sind sich uneinig. Schon der bekannte Philologe, unter anderem Übersetzer des Nibelungenliedes, Karl-Josef Simrock, gelebt 1802 bis 1876, vertrat die Ansicht, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Namen Borbeto und Warbede gebe. Warbede ist einer der drei Frauennamen auf dem Drei-Jungfernstein, Embede, Warbede und Willbede, im Wormser Dom. Auch August Weckerling vertrat bereits 1883 diese These. Schöll konnte daran anknüpfen und darüber hinaus die weltanschaulichen Grundlagen des Drei-Frauen-Kultes darlegen. Die zweite Silbe des Wortes, Bet, die allen drei Namen der drei Beten gemeinsam ist, bedeutet nach Schöll immerwährend oder ewig. Daher bezeichnet er die drei Frauen in seinem Buch als »die Drei Ewigen«, Zitat von Seite 43, »Die drei Beten sind Verkörperung und Inbegriff des immerwährenden, ewig unbesiegbaren Lebens. Sie sind die drei Ewigen, von deren Macht und gütiger Hilfe Erde, Sonne und Mond als die sichtbaren Träger der ewigen Wirklichkeit künden.« Zitat Ende Die erste Silbe »Bor« hat gemäß des Mittelhochdeutschen die Bedeutung von »Höhe« und gemäß des Keltischen die Bedeutung »Warm«. Entsprechend bezeichnet der mythologische Name »Berchta« die »Strahlende«. Ähnlich der Frau Holle nördlich des Mainz ist auch »Berchta« ein bekannter Name der Göttin südlich des Mainz. Schöll fasst das Wesen der Borbett zusammen. Sie ist »Die ewig lebensschaffende mütterliche Sonne«. Aus der Höhe spendet sie Wärme und strahlendes Licht.« Zitat Ende Man könnte Worms infolgedessen auch als Heimatstadt »Unserer lieben Frau Sonne« bezeichnen, aber davon sind wir wieder abgekommen. Dazu später mehr. Es steht aber im Einklang mit der Liebfrauenkirche nördlich der Stadtmauer von Worms, die eingebettet in das bekannte Weingut »Liebfrauenmilch« liegt. Am Eingang der Wormser Liebfrauenkirche ist folgendes Hinweisschild angebracht. Die Abhandlung beginnt mit der sogenannten »Fränkischen Zeit«, die wir mit Müller für erfunden halten. Weiter unten wird das Zerstörungswerk Frankreichs von 1689 benannt. Für die Auflösung des Liebfrauenstifts 1802 zeichnet sich erneut Frankreich durch Napoleon verantwortlich. Der letzte Satz thematisiert einen der mutmaßlichen Gründe des Zerstörungswerkes, die Hochachtung der Weiblichkeit, die mit dem ursprünglichen Deutschen möglicherweise identisch war. Noch heute wird den sogenannten Germanen eine gewisse Frauenfreundlichkeit zugestanden. Für die männlichen Geheimgesellschaften seit der Zeit der Katastrophe galt es, dieses größte Hindernis ihres lebensfernen Wirkens aus dem Weg zu schaffen. Das Eingangsportal der Liebfrauenkirche zeigt zwar schon Motive aus der gefälschten Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts, doch dennoch sind die Motive deutlich sprechend. Wir sehen die biblischen Motive der klugen und der törichten Jungfrauen, die aber nur auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind. Weiter ist die Trauer um Maria und Marias Krönung dargestellt. Die Frage lautet, was war hier vor Erscheinen der Bibel und der christlichen Religion zu sehen, also vor der herbeigeführten Katastrophe? In der Liebfrauenkirche befindet sich ein heiliges Grab. Über dem toten Jesus trauern drei beziehungsweise vier Frauen, die den Namen Maria tragen. Sie dürften in der Nachfolge der drei Beten stehen. Die drei Frauen waren so fest im Bewusstsein der Menschen vor dem Christentum, dass auf sie nicht verzichtet werden konnte. Immer geht es um die neue Gestalt des christlichen Narratives, Jesus. Die Frauen, die vorher mit anderem Namen und anderer Funktion im Mittelpunkt standen, haben nun nur mehr einen Blick auf den Herrn. Im Laufe der Zeit wurde aus der lieben Sonnenfrau Borbett die katholische Maria. Um einen Sonnenkult im Umfeld von Worms zu finden, sei die Sonnenstadt Karlsruhe genannt. Der Autor Jens Martin Möller hat dazu einiges zusammengetragen. Andex 1995 Vor gut 300 Jahren wurde Karlsruhe vom Markgrafen Karl-Wilhelm von Baden-Durlach in Form eines Fächers angelegt. Einige Menschen behaupten, dass Kaspar Hauser, das Kind von Europa, in Zentrum dieser Schlossanlage geboren wurde. Seine Mutter war mit Napoleon verwandt. Die Gründung dieser letzten oberrheinischen Stadtgründung erfolgte erst am 17.6. 1715 mit der Grundsteinlegung des neuen Residenzschlosses des Markgrafen. Schon das Datum lässt eine Geheimgesellschaft dahinter vermuten. Vergleiche auch die Pyramide als Grabmal des Fürsten auf obigen Buchdeckel. Verbindet man den Schlossturm des Karlsruher Schlosses mit dem Dom von Speyer und weiter nach Norden mit dem Schloss von Mannheim, so liegen alle drei Bauten genau auf einer Linie. Auch der Wormser Dom liegt auf einer geraden Linie zwischen den Domen Mainz im Norden und Speyer im Süden. Der Zufall ist hier kaum in Betracht zu ziehen. Auf der gleichen Drei-Dom-Linie liegen ferner die Städte Mannheim, Wiesbaden, Münster und Emden im Norden sowie Tuttlingen im Süden. Auch die drei romanischen Kirchen der unten behandelten Insel Reichenau liegen auf einer Linie. Die Insel Reichenau war meiner Ansicht nach früher ein bedeutender Frauenort. All diese geomantischen Beziehungen sind keine Zufälle, sondern Hinweise einer vorchristlichen heidnischen deutschen Kultur, die gar nicht so weit zurückliegt, wie es offiziell verlautbart wird. Auf dieser Internetseite wird die Fächerstadt Karlsruhe als monumentaler Sonnenkompass dargestellt, aufgeteilt in 32 Straßen, die einer klassischen Kompassrose entsprechen. Oft sind die Namen schon wegweisend. Rudolf Steiner baute 1909 am nördlichen Schwarzwaldrand im Rahmen seiner Anthroposophie einen kleinen Tempel, den sogenannten Modellbau von Malsch. Malsch beginnt wie das Wort Mama mit dieser urweiblichen Silbe. Jens Martin Müller schreibt dazu, nach Steiners Zitat Aussage befand sich hier in prähistorischer Zeit eine spätatlantische Sonnenorakelstätte. Vom Karlsruher Schlossturm ausberechnet befindet sich diese alte Mysterienstätte angepeilt über die Lammstraße in einer exakten Entfernung von 16 Kilometern. Malsch bei Heidelberg ist mit 32 Kilometern vom Karlsruher Schlossturm genau doppelt so weit entfernt. Numerologische Beziehungen zur Anzahl der 32 radialen Strahlen um den Schlossturm scheinen gegeben. Zitat Ende. Diverse Beispiele lassen erahnen, dass es im Untergrund unserer jetzigen Zivilisation eine erd- und naturverbundene Kultur gegeben hatte, die mutterrechtlich organisiert gewesen ist. Beschreibende Begriffe wie Römisch, Keltisch, Germanisch und so weiter sind nicht geeignet, eine Erklärung dafür zu liefern, weil diese Kultur tatsächlich viel weiter reichte als dasjenige, was wir davon zu wissen glauben. Diese Kultur verfügte vermutlich über freie Energieformen, die unsere gegenwärtige Schulphysik nicht einmal theoretisch für möglich hält. Diese namenlose Kultur verfügte über unterirdische Anlagen, von denen wir nichts wissen dürfen, weil es gewissen Geheimhaltungskriterien des tiefen Staates widersprechen würde. Doch verlassen wir den Bereich der Frau Borbett, um uns der ganzen Frauendreiheit zuzuwenden. Schöll schreibt von einer dreifaltigen Muttergottheit. Wir kennen aus dem Christentum eine göttliche Trinität, die stark männlich geprägt ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Seltene Ausnahmen zeigen eine weibliche Darstellung des Heiligen Geistes, wie in der kleinen romanischen Kirche in Urschalling am Chiemsee in Bayern. Schon Goethe war kritisch in Bezug auf die christliche Trinität, zitierend aus Gespräche mit Eckermann, 4.1. 1824, Ich glaube an Gott und an die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte. Aber das war den frommen Seelen nicht genug. Ich sollte auch glauben, dass 3.1 sei und 1.3. Das aber widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele. Auch sah ich nicht ein, dass mir damit auch nur im Mindesten wäre geholfen gewesen. Zitat Ende. Ob er die vorherige weibliche Natur verbundene Trinität kannte, ist fraglich. Es gibt unterschiedliche Dreiheiten, die mit der weiblichen Dreifaltigkeit verbunden sind. Erde, Mond und Sonne. Neumond, wachsender Mond, Vollmond. Junge Frau, Mutter und weise Alte. Schöpfung oder Geburt, Leben und Tod. Die Farben Weiß, Rot und Schwarz. Die Schicksalsfrauen oder Nornen, Urt, Verdandi und Skult. Nach dem Religionswechsel der Katastrophenzeit um 1349, vom Heidentum zum Christentum, da wurden die drei heiligen Frauen, die Schöll die drei ewigen nennt, von der jungen Kirche vereinnahmt und vor allem in Süddeutschland im Rahmen der sogenannten 14 Nothelfer umfunktioniert. Denn im Zentrum dieser katholischen heiligen stehen drei Frauen, um die sich elf Männer gruppieren. Aus Ambet, Wilbet und Borbet wurden die Märtyrerinnen Margareta, Katharina und Barbara. Hier ein Gemälde von Nikolaus Schitt um 1500. Links steht Katharina mit Schwert und Rad, rechts steht Barbara mit dem Turm und mittig oben steht Margareta. Zu ihr gehört der Wurm oder Drache im Vordergrund. Völlig verändert und eingemeindet in die christliche Legende sind diese entstellten Frauen, die sich alle durch größtmögliche erfundene Leidensmatyrien auszeichnen, noch heute in hunderten zu sehen. Denn die Verehrung der drei heiligen Frauen war einst so allgemein verbreitet in den deutschen Landen, dass die Kirche es sich nicht leisten konnte, auf ihre Abbildung zu verzichten. Um sie aber dennoch aus dem Bewusstsein zu tilgen, wurden die Protestanten eingesetzt, die keine Heiligen mehr duldeten. Der Bildersturm. Gemeinsam haben sie die Spuren verwischt. Die einst blühende Stadt Borbeto Magus oder Worms. Wer die Stadt Worms am Rhein besucht, stößt heute immer wieder auf schriftliche Hinweise, dass die Stadt im Jahre 1689 von den Franzosen zerstört wurde. Betrachtet man Drucke der Stadt Worms vor diesem Datum, so zeigt sich vor dem Jahr 1689 ein Bild mit zahlreichen Kirchen und Klöstern. Aufgeschlüsselt zeigen obige Ansichten aus dem 16. Jahrhundert rund 40 Kirchen, 60 Mauertürme und 12 Stadttore. Von dieser großen Anzahl bestehen heute nur noch sechs Kirchen und wenige Mauertürme. Zitat Die Zerstörung der Kurpfalz 1689 und damit auch der Stadt Worms stand am Anfang des endgültigen Niedergangs, der in den Folgen der Französischen Revolution besiegelt wurde und der Worms zu einem unbedeutenden Landstädtchen werden ließ. Zitat Ende Im sogenannten Mittelalter war Worms eine sehr bedeutende Stadt. Neben Mainz und Speyer verfügt auch Worms über einen Kaiserdom. Im Jahr 1122 Abschluss des Wormser Konkordates. Durch die Staufer wurde Worms freie Reichsstadt. 1521 wurde Luther vom Kaiser nach Worms berufen, um sich zu verteidigen. Worms ist der älteste jüdische Friedhof Europas und eine bedeutende Talmud-Schule. Durch die Franzosen wurde 1689 im Rahmen des Pfälzischen Erbfolgekrieges 1688 bis 1797 der größte Teil der Wormser Architektur und seiner Kunstschätze vernichtet. Der Vernichtungswille der Franzosen geht weit über den Pfälzischen Erbfolgekrieg hinaus. Peter Franz Josef Müller deckte die Hintergründe auf, warum wir Deutschen als Erzfeind seit Jahrhunderten galten. Was verbirgt sich hinter dem Renaissance-Humanismus? Renaissance-Humanismus ist die moderne Bezeichnung für die machtvolle geistige Strömung in der Zeit der Renaissance, die zuerst von Francesco Petrarca 1304 bis 1374 angeregt wurde. Sie hatte in Florenz ein herausragendes Zentrum und breitete sich im 15. und 16. Jahrhundert über den größten Teil Europas aus. Petrarca und Florenz führen uns zu dem offiziellen Geburtsort der Renaissance Italien. Doch der Begriff Renaissance ist französischer Herkunft mit der Bedeutung Wiedergeburt. Was soll wiedergeboren werden? Nochmal Wikipedia. Kennzeichnend war die Wiederbelebung der kulturellen Leistungen der griechischen und römischen Antike. Das Problem dabei ist, dass die griechische und römische Antike, die wir kennen, eine grandiose Fälschung ist. Das wird anhand eigener Dokumentationen ausführlich und gesondert erklärt. Das folgende Zitat der offiziellen Darstellung zeigt uns, wodurch diese Fälschung erreicht wurde. Zitat von Wikipedia In erster Linie war der Renaissance Humanismus eine literarisch ausgerichtete Bildungsbewegung. Die Humanisten traten für eine umfassende Bildungsreform ein, von der sie eine optimale Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten durch die Verbindung von Wissen und Tugend erhofften. Humanistische Bildung sollte den Menschen befähigen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und durch Nachahmung klassischer Vorbilder ein ideales Menschentum zu verwirklichen. Wie bei Martin Luther geht es auch bei den Humanisten um das geschriebene Wort, um Literatur. Griechische und römische Antike und Mythologie sind in erster Linie Literatur. Diese entstand in den Klöstern, die meist vorher als Bauten schon existierten. Humanisten waren gleichzeitig die Begründer des Christentums, wahrscheinlich auch des Judentums, denn der Humanist Johannes Reuchlin 1455 bis lehrte seinen humanistischen Freunden die hebräische Sprache, die vorher wohl noch nicht existierte. In dieser Zeit wurde unsere Kultur grundgelegt. Der Doppelbegriff ist eine doppelte Lüge. Renaissance und entspricht Reset. Es gab die Antike, wie sie uns gelehrt wird, so nicht. Human war die neue Zeit mit den neuen Buchreligionen Judentum, Christentum und Islam sicher nicht, wenn 50% der Menschen darin nichts zu sagen haben, nämlich die Frauen. Die Zeit war zugleich eine Abkehr von der Natur und auch von der Erde. Die Zeit des katholischen Humanisten Kopernikus. Die heute treibende Kraft zur Kontrolle der Menschheit ist der Transhumanismus, das aktive Vorantreiben der Koppelung von Mensch und Maschine, von Person und Computer. Daran ist erkennbar, was hinter dem positiv klingenden Begriff Human oder Humanismus tatsächlich steht, eben gerade nichts Menschliches. Das Wirken der Humanisten in der Renaissance in ihren Logen Es gibt einige Merkwürdigkeiten in der vermeintlichen Geschichtsschreibung der Stadt Worms. Erstens, der berühmte Bischof Burkhardt von Worms soll sein Amt genau im Jahre 1000 angetreten und ein Vierteljahrhundert innegehabt haben. Er soll den Dom St. Peter, das Andreasstift und das Paulusstift in dieser Zeit gegründet haben. Dieser Bischof soll im 11. Jahrhundert einen Beichtspiegel verfasst haben, der den Kampf gegen die heidnische Frauenreligion beschreibt und damit von der lebendigen Gegenwart der drei heiligen Frauen Zeugnis gibt. Da es allerdings im 11. Jahrhundert noch keine katholische Kirche gab, ist der Text wahrscheinlich in die Zeit um 1500 zu datieren. Zitiert nach Ernie Kutter, der Kult der drei Jungfrauen, München 1997, Seite 83. Die mir wesentliche Beichtfrage lautet, hast du, wie manche Frauen es zu bestimmten Zeiten des Jahres zu tun pflegen, in deinem Haus einen Tisch gedeckt mit Speise und Trank und drei Messer hingelegt, damit die drei Schwestern sich daran erquicken können? Die Geschichtsfälscher zitieren auch andere, vermeintlich noch ältere Quellen, wie Kutter an gleicher Stelle kommentiert. Zitat Schon um 650 soll der heilige Eligius von Neuen, die Franken unermüdlich davor gewarnt haben, zur Nacht Tische zu rüsten und für die drei Speisen bereit zu stellen. In seinen Predigten spielt auch Diana eine Rolle, ebenso wie Minerva, die Göttin der Weisheit und der Künste, die in römischer Zeit zusammen mit ihrer Mutter Juno und ihrem Vater Jupiter an denselben Orten verehrt wurde, wie die alten Dreiergruppen der Matronen und Beten. An anderer Stelle wird von kirchlich- katholischer Seite auffällig offen über Embede, Warbede und Willebede geschrieben bzw. gesprochen, denn der Text ist ein Auszug aus einer Predigt am Dreifaltigkeitssonntag vom 15. Juni 2003. Zitiert von Engelbert Press und Maximilian Wagner, Der Kopf des Diakons und andere Kostbarkeiten, Gedanken zu verborgenen Glaubenszeugnissen im Dom zu Worms, 2004, Seite 30. Zitat Im Bereich des alten Bistums Worms waren die der Beden hoch verehrt, davon zeugen Kultreste in so manchen Dorfkirchen. Obwohl die drei nie kanonisiert wurden, ist ihr Kult seit 1382 nachweisbar. Aber bereits der Erbauer unseres Domes wetterte schon gegen die Verehrung der drei Jungfrauen, es sei Sünde, weil die drei Damen heidnischen Ursprungs seien. Und damit kommen wir wahrscheinlich auch dem Ursprung von den Mädels schon ein wenig näher. Religionsgeschichtlich handelt es sich sicher um die drei Schicksalsfrauen, die über dem Walten der Götter stehen und den Faden spinnen, aus dem wir Menschen und alle anderen Wesen leben. Zitat Ende Im Jahre 2000 fand in Worms eine wissenschaftliche Tagung statt. Es sollte an die 1000-jährige Tätigkeit des vermeintlichen Bischofs erinnert werden und einige Aspekte seines Lebens und Wirkens näher beleuchtet werden. Die Referate erschienen in dem Buch des Herausgebers Wilfried Hartmann, der im Vorwort schreibt, dass es eine Vita, also Lebensbeschreibung des Wormser Bischofs gibt. Diese ist, wie wohl nahezu alles aus dieser Zeit der angeblichen Jahrtausendwende, frei erfunden worden. Diese Vita enthält etwa Hinweise auf Burchards Tätigkeit als Bauherr, sollen doch der Dom und einige andere Kirchen der Stadt von ihm erbaut worden sein. Originale Pläne der Bauhütten sind demgegenüber eine Seltenheit. Daher ist es durchaus fraglich, ob die zahlreichen Kathedralen in Europa von christlichen Bauherrn stammen. Ich halte die alten sogenannten romanischen und gotischen Meisterwerke für vorchristlich. Sie tragen ja auch in der Mehrzahl den Namen unserer lieben Frau oder unserer lieben Frauen, Notre Dame. Später wurde das weibliche Patrozinium oft beibehalten und auf Maria umbenannt. Leser stoßen im Buch über Burchardt und die Zeit um 1000 gelegentlich auf bestimmte Formulierungen, die ohne Wissen oder auch nur Ahnung der Autoren auf die Geschichtsfälschung hinweisen. Etwa, Zitat, die Bischöfe dieser Zeit waren oft erstaunlich langlebig. Auf Seite 3. Oder, Zitat, die großen und kleineren Briefsammlungen der Zeit, die bezeichnenderweise fast alle bischöflichen Ursprungs sind, und so weiter. Zitat Ende. Wenn die Bischöfe lange leben, dann braucht man nicht so viele erfinden. Und da die große Aktion, große Aktion ist der Begriff Kammmeiers für die Fälschung der Geschichte. Und da die große Aktion wesentlich von Geistlichen geschrieben wurde, während die weltlichen Briefe vernichtet wurden, ist es naheliegend, dass sie kirchlichen beziehungsweise bischöflichen Ursprungs sind. Aus dem gleichen Grund wird von Bischöfen geschrieben, Zitat, die in engster Verbindung miteinander gestanden hatten. Es bieten sich naheliegend mehrere Persönlichkeiten an, die hinter diesen Erfindungen stehen dürften. Denn der Renaissance-Humanismus schuf die uns bekannte Antike und das Mittelalter. Also auch die Zeit um 1000, um die es hier geht. Der Grund war derselbe, der hinter dem französischen Hass auf die Deutschen steht, die Ablenkung von dem heidnischen Deutschen Reich, welches Müller schilderte. In der Gegend um Mainz, Speyer und Worms wirkte damals eine Freimaurer-ähnliche Organisation mit dem Namen Sodalitas Literaria Renana. Sie war Teil der übergeordneten Sodalitas Literaria Germaniae. Man findet darüber bewusst wenig Material. Wie stets im Renaissance-Humanismus, in der christlichen Kirche, später Kirchen und der jüdischen Synagoge, waren nur Männer als Ausführende zugelassen. Nach der Zerschlagung des Deutschen Reiches ging es darum, ein neues, verkleinertes und in seiner Wesenheit entfremdetes Deutschland unter Regie und Kontrolle der christlichen Humanisten zu gründen. In diesem Rahmen wurde auch der vorher nicht bekannte Begriff der Germanen, der Römer, der Merowinger, Karolinger, Franken und viele anderer Stämme erfunden. Die rheinische Abteilung wurde auch nach ihrem Gründer, Sodalitas Celtis genannt, Rheinische Gesellschaft für Wissenschaft. Sie wurde 1491 in Mainz gegründet und 1517 mit Luthers Kirchenspaltung angeblich beendet. Die Geschäftsleitung saß in Heidelberg, ein Nebensitz in Worms, Versammlungsorte waren Mainz, Oppenheim, Nürnberg, Augsburg. Religion und Wissenschaft wurden dort aus gleichem Geist heraus geformt. Die Vernichtung der weißen Frauen war eine Parallele zu dieser Einseitigkeit, die heute noch unsere Gesellschaft prägt. Einige wichtige Mitglieder der rheinischen Sodalitas waren Johann der 20. von Dahlberg, 1455 bis 1503. Das war ein bekannter Bischof von Worms und auch zeitweise Kanzler der Universität Heidelberg. Er war zugleich Katholik und Humanist. Im Relief im Dom stützt Petrus den Bischof Dahlberg am Stammbauch Jesu. Auch sein Mitstreiter Abt Johannes Trithemius, 1462 bis 1516, war zugleich Katholik und Humanist. Bekannt ist er vor allem als Geschichtsfälscher. Willi Bad Pirckheimer, 1470 bis 1530, gilt als Förderer der humanistischen Wissenschaften und Berater des Kaisers Maximilian. Sein Busenfreund war Albrecht Dürer. Indirekt dürfte auch Konrad Peutinger, 1465 bis 1547, aus Augsburg dazugehört haben, zumal Augsburg als Versammlungsort genannt wurde und Peutinger als Augsburger Stadtschreiber, Jurist, Humanist und Antiquar, einer der wichtigsten Politiker der Reichsstadt in der Reformationszeit war. Er war Berater von Kaiser Maximilian I. und dessen Nachfolger Kaiser Karl V. Johannes Reuschlin, 1455 bis 1522, sei abschließend noch genannt. Er unterrichtete die anderen, in Anführungszeichen geistlichen Soldaten, in der hebräischen Sprache, die wohl erst im 15. Jahrhundert geschaffen wurde. Reuschlin ist im großen Wormser Reformationsdenkmal neben Luther anwesend. Daran mag man mutmaßend erkennen, dass in der Führungsetage Christen verschiedener Konfessionen sowie Juden im Prinzip zusammenarbeiten. In dieser Position decken sie gemeinsam die große Aktion, also die Geschichtsfälschung. Um die männliche Einseitigkeit etwas abzuschwächen, wurden drei an der Reformation beteiligte Städte, darunter Augsburg, als Frauen dargestellt. Reuschlin ist links hinten im Bild. Etwa 10 bis 20 weitere Männernamen sind für die Sodalitas Renana im Gespräch, der logenartigen Verbindung anzugehören. Genaues wird nicht bekannt gegeben. Die fünf oben genannten Inhalte halte ich für die wichtigsten. Sie haben die Geschichte mit gefälschten Inhalten gefüllt und gelten als Vorbilder. Der Reichstag zu Worms bietet die seltene Gelegenheit, Martin Luther linksrheinisch ein Denkmal zu setzen, da er dorthin gereist sein soll. Wenn ich linksrheinisch sage, dann möchte ich damit die Nähe zu Frankreich ausdrücken. Luther wirkte ganz im Sinne der Franzosen, die im eigenen Lande den Protestantismus nicht dulden und blutig niederschlugen, siehe Bartholomäus' Nacht 1572, ihn aber in Deutschland aktiv unterstützen. Ich halte Luther tatsächlich für einen Agenten im Dienste Frankreichs mit dem Ziel, das Deutsche Reich zu spalten. Spalatin heißt tatsächlich auch der Verbindungsmann zwischen Luther und dem Kurfürsten Friedrich des Weisen aus Sachsen. Dieser ist vorne links in erster Reihe porträtiert. Das Jahr 1500 Wenn wir seit Jahrhunderten über den tatsächlichen Verlauf unserer Geschichte belogen werden, dürfen wir nach der damit verbundenen Absicht der täuschenden fragen. Um das Jahr 1000, so wird uns erzählt, habe es bedeutende kulturelle Impulse im Deutschen Reich gegeben. Für Worms brachten wir das Beispiel des Bischofs Burkhardt, aber es soll angeblich auch in anderen Städten zu dieser frühen Zeit Bischöfe gegeben haben. Etwa in Bamberg, Trier, Paderborn, Merseburg, Speyer und so weiter. Gerade sprachen wir von der Zeit um das angebliche runde Jahr 1000. Den Blick erweiternd wurde der Bischof Dahlberg vorgestellt, der im Wormser Dom sein Denkmal hat. Schauen wir nun auf die Zeit um das Jahr 1500, so scheint dies tatsächlich eine Zeit geistigen Aufbruchs gewesen zu sein. Kaum hatte das Jahr 1500 begonnen, so malte Albrecht Dürers sein drittes und zugleich letztes Selbstporträt. Es erinnert nicht zufällig an ein imaginäres Antlitz Jesu und die Jahreszahl 1500 wird hier ausdrücklich betont. Sie befindet sich über den Initialen AD, das in der Regel als Albrecht Dürer gelesen wird, zugleich aber auch Anno Domini bedeutet. Kurze Zeit vor dem Jahr 1500 erschienen Dürers Holzschnitte zur sogenannten geheimen Offenbarung Johannes, welche durch die Kampfszenen damals eine große Wirkung auf die Menschen ausübte. Diese Wirkung kann man mit angsterzeugend beschreiben. Der Humanist Albrecht Dürer verdiente sehr gut daran. Auch andere Humanisten erzeugten Angst, etwa Sebastian Brandt 1457 bis 1521 mit seinem lateinisch-deutschen Flugblatt aus dem Jahr 1495 mit dem Titel Missgeburt in Worms. Gemeint war die Geburt siamesischer Zwillinge. Er brachte dies mit dem Auftreten ungewöhnlicher Himmelserscheinungen zusammen und erzeugte damit Angst. Zitat Dieses Flugblatt erschien mit Blick auf den Wormser Reichstag von 1495. Auf diesem Reichstag forderte Maximilian Hilfe seiner adeligen Gäste gegen die Franzosen, die gerade dabei waren, Italien einzunehmen. Das Porträt Brandts schuf 1492 Albrecht Dürer. Um das Jahr 1500 erschienen zahlreiche Flugblätter und Weissagungsschriften. Zu diesem Zeitpunkt gab es sehr wahrscheinlich noch keine Bibel. Eine komplette Ausgabe erschien erst 1516 in Basel durch den Humanisten Erasmus von Rotterdam 1467 bis 1536 in griechischer und lateinischer Sprache. Luther folgte dann wenige Jahre später zunächst mit dem Neuen Testament 1522 und dann der vollständigen Bibel mit seiner deutschen Übersetzung 1534. Es gab gemäß des Neuen Testamentes eine Naherwartung der Wiederkunft Christi. Übrigens genauso wie im Jahr 2022 und so vielen Jahren davor. Auch um das Jahr 1000 kann literarisch eine Weltuntergangsstimmung angenommen werden. Die christliche Religion ist für solche nie in Erfüllung gehenden Ungewissheiten durch eine ständige Erwartung der sogenannten letzten Zeit gut geeignet, ähnlich wie auch die anderen Religionen, die sich von der Natur und den Frauen zugunsten geistlicher Dinge gemäß den Schriften abgewendet haben. Im Hinblick auf den alten julianischen Kalender, der auf Julius Cäsar zurückgehen soll und in Bezug auf das Jahr 1500 mutet es seltsam an, dass die christliche Kalenderreform erst im Jahr 1582 erfolgt sein soll. Der unter Pseudonym veröffentlichende Gérard Serrat schreibt in seinem Buch mit dem Titel »Leere Zeiten« nach einigen Gedanken dazu, »Die gregorianische Kalenderreform fand 82 Jahre nach der Einführung des julianischen Kalenders statt. Aus dem Jahr 82 wurde die Jahreszahl 1582. Demnach beginnt die unsere christliche Zeitrechnung auch erst im Jahre 1500. Der neue Kalender und die neuen vierstelligen Jahreszahlen bewirkten eine theoretische Verlängerung der Zeit und eine universelle Grundlage für die historische Datierung. Die Kalenderreform von Papst Gregor hat ein künstliches Zeitfenster von 1500 Jahren geschaffen. Dieses wurde im Laufe der Jahrhunderte mit erfundener Geschichte gefüllt. Und die Frauen, die gemäß Paulus in der Kirche und damit der Welt zu schweigen haben, werden als geschichtliche Gestalter ausgehebelt. Da die Paulusbriefe kaum älter als 500 Jahre sein können, vergleiche insbesondere Edwin Johnson dazu, ist offen, wie aktiv deren Wirksamkeit davor gewesen sein mag. Daher sind Chronologiekritik auf der einen und die Kultur der Frauenberge auf der anderen Seite die zwei Seiten derselben Medaille. Martin von Tours und Martin Luther in Worms Nun ist weiter interessant, dass berichtet wird, Worms habe früher eine Wallfahrtsstätte des heiligen Martin von Tours, sein Eigen, genannt. Seiner Zeit weit voraus soll Martin im 4. Jahrhundert den Kriegsdienst im Römischen Reich verweigert haben. Dafür sei er eingekerkert worden. Die heutige Martinskirche in Worms solle auf dem einstigen Kerker gebaut worden sein. Hier sehen wir die Kirchen St. Martin und St. Lambertus vor der Zerstörung 1689, Zeichnung von Peter Hamann 1692. Von St. Lambertus ist heute nichts mehr vorhanden. Hier eine Darstellung von Martin am Mainzer Dom um 1240. Martin von Tours verteidigte vor dem Kaiser in Worms seinen Glauben. Auch Martin Luther verteidigte vor dem Kaiser in Worms seinen Glauben. Zwischen beiden christlichen Geschichten liegen heute gute 1000 Jahre. So alt soll das Christentum eben sein. Dann fällt die Nähe des Todestages am 8. November des Martin von Tours und der Geburtstag Martin Luthers am 10. November auf. Das sind anschauliche Beispiele, wie angebliche geschichtliche Ereignisse verdoppelt und arrangiert werden, um eine lange, auch französische Geschichte vorzuspiegeln. Die französische Sprache hat es zu diesem Zeitpunkt im 4. Jahrhundert noch gar nicht gegeben. Martin von Tours, der Schutzpatron Frankreichs, und Martin Luther aus Sachsen werden nebeneinander in Worms verehrt. Der angebliche Bischof von Tours wird auch in vielen anderen Ländern verehrt. Auch das Martin-Luther-Denkmal in Worms nimmt internationale Vorläufer und Weggenossen in Anspruch. John Wycliffe aus England, für den Edwin Johnson keinen echten historischen Hinweis finden konnte. Jan Hus aus Böhmen, den ich mit seiner Verbrennung am Bodensee 1415 für fiktiv halte, und den Italiener Savonarola, ein angeblich kritischer Prediger aus Florenz vom Ende des 15. Jahrhunderts, kurz vor Luther. Ein weiteres Beispiel, wie unsere sogenannte Geschichte entstand, ist folgendes. Die angeblich fränkische Königin Brunschildis bzw. Brunehilde, etwa 545, 550 bis 613, soll eine Frankenkönigin westgotischer Herkunft gewesen sein. 566 wurde sie mit dem Merowinger Sigibert I. vermählt. Brunschildis hatte wegen eines Mordes einen erbitterten Streit mit Königin Frede Gunde, ab etwa 570, 71 Ehefrau des merowingischen Königs Chilperich. Im Nibelungenlied gibt es ebenso einen Streit zwischen zwei Königinnen, Brunhilde und Kriemhilde, wo es um den Mord an Siegfried durch Hagen ging. Dieses Geschehen wird zeitlich etwas früher gelegt, ins 5. Jahrhundert. Eine Hauptquelle der Brunschildis-Geschichte haben wir durch Gregor von Thurch, wieder ein Bischof aus Frankreich, angeblich aus dem 6. Jahrhundert. Auch Karl der Große ist in Aspekte dieser vermeintlichen Geschichtsschreibung einbezogen. Mit ihm sind wir bereits im 8. Jahrhundert. Karl ist mehr Franzose als Deutscher, denn die Franzosen brauchen eine solche linksrheinische Gestalt, die in Aachen wohl nur deswegen gekrönt wurde, weil sein Pfalz in Worms verbrannt ist. 783 soll er in Worms geheiratet haben. Worms wurde als, Zitat, Eine Hauptstadt der großen fränkischen Weltmonarchie betrachtet. Aus Häusler-Worms-Eine-Spurensuche 2003 In chronologiekritischen Kreisen ist völlig klar, dass Karl der Große um 800 nicht gelebt haben kann. Warum er aber erfunden wurde, begründet am besten Peter Franz Josef Müller im Jahre 1814. Zitat Der Name Franken schreibt sich nicht von einem wirklichen Lande Franken in Deutschland her, denn sowohl das ältere Herzogtum Franken als auch das jüngere würzburgische Herzogtum in Franken sind Märchen, sondern daher, weil sich einige deutsche Volksstämme vom Urstamm losgerissen und in der Folge unabhängig gemacht und sich von nun an frei und eigen Franken genannt haben. Eben dieselben nannten die Gesamtheit der dem Urstamm getreu gebliebenen Sassen, d.h. Einsassen, oder wie sie zur Zeit der Ankunft des Eneas in Italien genannt wurden, Eingeborene, Aborigines. Zitat Ende Doch mit dieser Analyse bleibt Müller nicht stehen. Er zeigt auf, wer sich tatsächlich hinter dem Bild Karls des Großen verbirgt. Zitat Übrigens halte ich den sogenannten karolingischen Stamm für den Wellfischen, Karl den Großen für Karl von Anjou und Sizilien. Zitat Ende Karl von Anjou und sein Sohn lebten offiziell im 13. Jahrhundert. Die Doppelungen der angeblich geschichtlichen Gestalten sind hier vierfach. Karl von Anjou hatte nach Müller folgende Doppelgänger. Diese Bezeichnungen finden sich so nicht bei Müller. Eneas, Überlebender aus Troja und Stammvater der Römer, Romulus, der Gründer Roms, Julius Cäsar, ein Kaiser Roms, und Karl der Große, ein römisch-katholischer Kaiser. Im Jahre 926 soll Heinrich I., der König des Ostfränkischen Reiches, auf dem Hoftag zu Worms die heilige Lanze erworben haben. Die Lanze stammte der Legende nach von dem römischen Hauptmann Longinus, der mit ihr den Tod Jesu überprüfte. Heinrich zog angeblich mit dieser heiligen Lanze in den Krieg gegen Ungarn. Auch hier wiederholen sich Teile aus dem Bericht des Nibelungenliedes, denn der Hof des Königs Etzel lag in Ungarn, wo sich das unwürdige Abschlachten der Burgunder vollzogen haben soll. Die heilige Lanze wurde in diesem ungeschichtlichen ersten Jahrtausend als das wichtigste der reichskleinen Odien der Könige und Kaiser des heiligen römischen Reiches deutscher Nation angesehen. Da die Lanze das Blut Christi berührte, war die Lanze auch als Reliquie von hohem Wert. Auch in der Esoterik wurde die Lanze behandelt und als der Speer des Schicksals bezeichnet. Der englische Schriftsteller Trevor Ravenscroft schrieb ein entsprechendes Buch darüber, welches auf Effekt aus war. Bevor die reichskleinen Odien nach Nürnberg gebracht wurden, befanden sie sich in der Burg Triefels auf einem Frauenberg in der nahe Worms gelegenen Kaiserpfalz der Staufer. Borbeto Magus ist der älteste erhaltene Name einer Stadt in Deutschland. Wer sind eigentlich die Burgunder? Diese drei Frauen sind im Wormser Dom zu sehen, der aber, wie vieles andere auch im Jahre 1689, von den Franzosen in und um Worms in Brand gesteckt wurde. Kunstwerke und offizielle Geschichte der Stadt Worms zeigen ein Doppeltes. Erstens die Behauptungen Müllers, dass die Franzosen das Deutsche Reich vernichten wollten. Der heutige Besucher wird mehrfach in der Stadt darauf hingewiesen. Zweitens die Bezüge einer einst weiblich geprägten Kultur sind vorhanden. Vor allem die noch vorhandenen Kirchen zeigen es. 6. Das Wormser Konkordat vom 23. September 1122 Kaiser Heinrich V. akzeptierte den Anspruch der Kirche auf die Investitur mit Ring und Stab, den Symbolen für die geistliche Ehe mit der Kirche und das priesterliche Hirtentum. Des Weiteren gewährte er jeder Kirche seines Herrschaftsbereiches die freie kanonische Wahl und unbehinderte Weihe des Gewählten. Im Gegenzug räumte Papst Kallixt II. ein, dass die Wahl der deutschen Bischöfe und Äbte in Gegenwart kaiserlicher Abgeordneter verhandelt, und der Gewählte dann mit den Hoheitsrechten, die mit seinem geistlichen Amt verbunden waren, vom Kaiser durch das Zepter als weltlichem Investitursymbol belehnt werden sollte. Das sogenannte Zepterlehen. Staatskirchenverträge mit der römisch-katholischen Kirche, genauer mit dem Heiligen Stuhl, heißen Konkordate. Es handelt sich dabei um eine grundlegende historische Begebenheit, die später immer wieder mit allen möglichen Staaten unternommen worden ist. In Worms soll im Jahr 1122 das erste Konkordat dieser Art abgeschlossen worden sein. Die Pfalz spielte wohl eine wichtige Rolle seiner Zeit, was auch an dem Wormser Konkordat von 1122 erkennbar ist. Es wurde am 23. September 1122 zwischen Heinrich V. und Papst Kallixt II. abgeschlossen. Ich halte diese Zahlen nicht für real. Sie haben neben der Vorspiegelung langer christlicher Tradition vielmehr einen symbolischen Charakter. Robert Anton Wilson bringt in seiner Illuminatus-Buchtrilogie weitere Bezüge zu dieser Freimaurerzahl und auch der 1999 erschienene deutsche Film 23 – Nichts ist so, wie es erscheint behandelt diese Thematik. Im Allgemeinen gilt, Verschwörungstheorien sind tatsächlich wahrer als das Geschichtswissen, das an den Universitäten und Schulen bisher gelehrt wurde. Das Wormser Konkordat war das erste Reichskonkordat überhaupt. Es wurde geschlossen, um die Deutschen zu versklaven und es »beendete den sogenannten Investiturstreit, durch den Deutschland aufgrund der Machtansprüche und auf Betreiben der Päpste über ein halbes Jahrhundert lang in den furchtbarsten und blutigsten Bürgerkrieg gestürzt worden war. Das war unser erster Punkt oben mit dem Hinweis auf den Religionsstifter Martin Luther. Das Thema behandelte der Autor A. Roth ausführlich im Hinblick auf das Reichskonkordat, das Adolf Hitler gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit dem Vatikan abgeschlossen hatte. Der 23. März war für die Verhandlungen mit Rom zu knapp, doch der 20. Juli ist mit dem missglückten Attentatsversuch auf Hitler auch eine bekannte Zahl. Doch schon in seiner Reichstagsrede am 23. März 1933 hatte der neue Kanzler die beiden christlichen Konfessionen als »wichtigsten Faktoren zur Erhaltung unseres Volkstums« hervorgehoben. Diese jüngeren geschichtlichen Tatsachen seien an dieser Stelle nur eine mögliche Hilfe, um zu ahnen, auf welche Weise Geschichte geschrieben werden kann. Um jetzt zum Wormser Konkordat zurückzukehren. Kaiser Heinrich IV. wird trotz seines Ganges nach Canossa, unser nächster Punkt, doch ein gewisser Widerstand gegen den Papst zuerkannt. Sein Sohn Heinrich V. erlag allerdings seinem Verhandlungspartner und unterwarf sich der Kirche. Allerdings berichtet die Geschichte, daß er den Erzbischof Adalbert von Mainz auf der Burg Triefels bei Anweiler gefangen setzte, da dieser die Meidenburg an sich gerissen hatte. Siehe Walter Holz, Pfalzen und Burgen der Stauferzeit, Seite 162. Mit dem angeblichen Einknicken Heinrich V. gegenüber dem Vatikan wäre die Weichenstellung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation klar gewesen. Wenn die Geschichte denn zutreffen würde. Denn danach geschieht offiziell erst mal rund 300 Jahre lang nichts Wesentliches. Erst im Jahr 1447 wurde das zweite Reichskonkordat unter dem Namen Fürstenkonkordat abgeschlossen. Dieses brachte der deutschen Sache einige Vorteile, doch, und nochmal Herrn Roth zitierend von Seite 8, doch schon im nächsten Jahr, 1448, kam durch den romhörigen Kaiser Friedrich III., der hinter den Kulissen mit dem Papste bzw. seinem Beauftragten Piccolomini, der zehn Jahre später als Pius II. den päpstlichen Cäsarenthron bestieg, verhandelt hatte, ein neues, das dritte Reichskonkordat zustande, das in der Geschichte allgemein als Wiener Konkordat benannt wurde. Der Kaiser überging einfach die Kurfürsten des Reiches und unterzeichnete auf eigene Faust für das ganze Reich eine Vereinbarung, durch welche die im Jahre vorher errungenen geringen Vorteile des Fürstenkonkordates wieder preisgegeben wurden. Zitat Ende. Der Zeitpunkt dieser Unterzeichnung fällt, sollte er denn tatsächlich zutreffen, in die Zeit des Renaissance-Humanismus. Aus dieser Richtung sind wahrscheinlich die angeblich älteren Texte wie das Wormser Konkordat, wieder linksrheinisch, entstanden und rückdatiert. Und wie sich die Geschichte doch gleicht, auch bei dem nationalsozialistischen Reichskonkordat, knapp 500 Jahre später, wurde der päpstliche Gesandte, in dem Fall Eugenio Pacelli, anschließend, nachdem die Deutschen erneut erfolgreich als Volk spirituell gefangen genommen wurden, Papst. Er trug sogar den gleichen Namen, nämlich Pius XII. Auch an diesem Punkt kann erkannt werden, dass Hitler nicht in deutschem Interesse gehandelt hat, sondern, wie schon die meisten bekannten sogenannten deutschen Kaiser, ein Handlanger außerdeutscher Mächte gewesen war. Spätestens in Dünkirchen 1940 bekräftigte Hitlers Handeln das erneut, denn der Weltkrieg war für Deutschland durch die Gefangennahme zahlreicher englischer Soldaten dort bereits gewonnen. Hitlers Auftrag war eben ein anderer. Es mussten aus Logensicht noch Deutsche und Russen gegeneinander aufgehetzt werden, siehe das Blutbad von Stalingrad, der Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung und viele andere schreckliche Opfer mussten noch stattfinden. Es ist ja mehrfach hinreichend belegt, dass der Alliierte Krieg nicht gegen ihren eigenen Mann Hitler, sondern gegen das deutsche Volk geführt wurde. Die Verschwörung ungeheuren Ausmaßes, wie oben durch Hinweis auf Peter Franz Josef Müller bereits angedeutet. Neben vielem anderen ging es auch darum, Zitat von Seite 18, Daher auch die Anstiftung des Religionskrieges durch Frankreich und dessen Bündnis gegen den Kaiser, wenn schon Frankreich und Österreich sich zu eben derselben Kirche bekannten und Frankreich die neuen Lehren, welche es im Deutschen Reiche verteidigte, bei sich nicht aufkommen ließ, um, wie es Thilius geradezu gesteht, durch die Vereinigung der Verbündeten unter einem gewissen Oberhaupt, Kertum Caput, ein Gegenreich in Deutschland selbst zu stiften und durch dessen allmählichen Zuwachs die bisherige Verfassung in ewiger Vergessenheit zu vergraben, wie vielmehr also jede Kunde von Urverfassung, d.h. von dem ehemaligen Umfange und Glanze des größten Erbreichs auf Erde zu vertilgen, Zitat Ende Zunächst galt es für diese Verschwörer, das Deutsche Reich durch Religionswechsel zu spalten. Daher wurden die vielen Geschichten vom Kampf der Päpste gegen die Kaiser und der Kaiser gegen die Päpste erfunden. Päpste traten erst auf, als das Deutsche Reich bereits entscheidend geschwächt wurde und den Namen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nationen erhielt. Der Protestantismus ist ein weiterer Teil der Stiftung von Verwirrung durch die später Franzosen genannten Verschwörer. Rom war zunächst nicht das Zentrum der Empörung. Empörung ist Müllers Begriff für diese Verschwörung. Der Petersdom wurde erst im 16. Jahrhundert gebaut, die Engelsburg hatte zuvor einen anderen Zweck. Das Zentrum war zunächst Südfrankreich, mit den Städten an der Rhone, insbesondere Avignon, Arles, Lyon. Wilhelm Kammmeier hat dazu einige Beobachtungen in seinen Büchern zur Fälschung der deutschen Geschichte angestellt. Daher auch die zentral wichtige Fälschung der Geschichte von Karl dem Großen, der linksrheinisch in Aachen gekrönt worden sein soll. Im sogenannten ersten Jahrtausend gab es noch lange kein Kirchenchristentum. Daher gab es im 14. Jahrhundert auch die drei ausschließlich linksrheinischen geistlichen Kurfürstentümer, die Fürstbischöfe von Köln, Mainz und Trier, während für den großen Rest des Deutschen Reiches vier weltliche Fürsten den Kaiser wählen durften. Der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg. Das alte Deutsche Reich hatte nach Müller Erbfolge und keine Kaiserwahl. Der Gang nach Canossa vom Dezember 1076 Als Gang nach Canossa bezeichnet man den Italienzug König Heinrichs IV. vom Dezember 1076, von Speyer aus nach Rom, durch welchen er die Vereinigung des für Februar 1077 nach Augsburg zur Wahl eines neuen Königs eingeladenen und sich auf dem Weg befindenden Papstes Gregor VII. mit den deutschen Fürsten, Fürstenopposition, verhindern wollte. Der Papst suchte Zuflucht auf der Burg Canossa der papsttreuen Markgräfin Mathilde von Tustien, vor welcher Heinrich dann die Lösung seiner Person vom Kirchenbann, dem Anathema, zu erlangen versuchte. Es ist umstritten, ob es tatsächlich zu dem eigentlich für Laien vorgesehenen Ritual der Kirchenbuße kam, da alle historischen Überlieferungen von Parteigängern des Papstes stammen. Im heutigen Sprachgebrauch wird bisweilen auch ein als erniedrigender Bittgang im übertragenen Sinne als ein Gang nach Canossa bezeichnet. Genau in diesen Zusammenhang passt die Mutmaßung der offiziellen Schulgeschichte. Auf der Burg Panthenopolis sollte just im Jahre 1076 jene Fürstenversammlung stattgefunden haben, die über die Absetzung des saalischen Kaisers Heinrichs IV. beraten sollte. Kaiser Heinrich IV. sollte im Winter 1076 seinen berühmten, aber tatsächlich unhistorischen Gang nach Canossa angetreten haben. Drei Tage lang soll Heinrich kniend um Einlass auf der Burg Canossa in Italien gefläht haben, bis sich Karl Gregor VII. seiner Erbarmte und den Kirchenbann gegen ihn zurücknahm. Also Heinrich sollte als erster Mann des Deutschen Reiches vor dem noch nicht existierenden Papst auf den Knien rutschen, um entsühnt zu werden. Mit solchen erfundenen Geschichten katholischer Propaganda wird Geschichte, vor allem auch Kirchengeschichte, in die Länge gezogen und hunderte von Doktorarbeiten vergeben. Der heilige Pirmin Angeblicher Bischof, Glaubensbote am Oberrhein und Klostergründer des 8. Jahrhunderts. Er stammt also aus einer Zeit, die es so nie gegeben hat. Zahlreiche Wunderheilungen werden dem Mann zugeschrieben. Eine seiner Gedenkstätten ist die Insel Reichenau. Die Stadt Pirmasens in der Pfalz hat ihren Namen von dem fiktiven Heiligen. Und im Kloster Hornbach nahe dem Saarland zeigt man sein leeres Grab. Das Kloster Hornbach gründete eine Stiftskirche in Zell an der Frimm, die nach etwa 18 Kilometern auch Worms durchfließt und in den Rhein mündet. Er gilt als Patron der Alemannen und auch als Patron der Pfalz. Eine andere Karte aus der Pfalz oben rechts ist Worms eingezeichnet. Bischof Pirmin mit seinem Attribut der Schlangen. Ankunft des Pirmin auf der Insel Reichenau. Der Bodensee ist voll von Schlangen beachtlicher Größe, die der heilige Pirmin von der Insel Reichenau vertrieben haben soll. Drei große Kirchen hat die Insel nebeneinander liegen. Es war wohl ein Zentrum der drei heiligen Frauen, wie auch folgende Abbildung in einer der drei Kirchen nahelegt. Der Text hier auf der Abbildung an der Reichenauer St. Georgskirche, den diese vier Teufel auf der Kuhhaut tragen, der lautet übersetzt »Ich will hier von den dummen Weibern schreiben. Was hier an Blabla die ganze Woche geredet wird, dessen wird gedacht werden, wenn es einmal vor dem Richter steht.« Welches Geschwätz welcher törichten Frauen wird hier kritisiert, dass es dereinst vor den Richter gebracht werde? »Wie kann es überhaupt sein, dass Frauen hier die ganze Woche miteinander reden, wo das Kloster Mittelzell doch ausdrücklich ein reines Männerkloster gewesen ist?« Die Anklage lautet, es gehe von den Frauen so viel dummes Gerede aus, dass eine Kuhhaut nicht genüge, alles Geschwätz festzuhalten. Handelt es sich dabei noch um die heidnische Naturreligion der heiligen drei Frauen? Betrachten wir dazu einen Detail des obigen Bildes. Deutlich sind die Kronen der beiden Frauen auf der rechten Seite zu erkennen. Es gibt noch eine dritte Frau, diese ist in einen Bischofshut oder eine Tiara eines Bischofs oder eines Papstes eingesperrt, an der zur Verdeutlichung drei Kreuze hängen. Wer ist die dritte Frau? Handelt es sich um Einbett oder Ambett, die vielleicht ursprünglichste der drei Beten, und bei den anderen um Wilbett und Borbett? Wie in Worms allerdings in einem nicht mehr ursprünglichen Zusammenhang. Ausschnittsvergrößerung mit der St. Georgskirche Diese Szenerie erweckt Assoziation mit Georg, dem Drachentöter. Auch Siegfried der Nebelungensage, die eng mit Worms verbunden ist, ist ein Drachentöter. Siehe dazu unseren Punkt über das Nebelungenlied. Pirmin als Schlangenvertreiber, Nürnberg, Stadt der Drei Nornen, 1445. Man beachte die Dreizahl der Schlangen. Ist das vielleicht ein Hinweis auf die drei heiligen Frauen? Die Insel Reichenau im Bodensee ist reich an Hinweisen auf eine ursprüngliche Frauenkultur. Auch hier stoßen wir auf die typische Doppelung vermeintlicher Geschichte, um die christliche Zeitspanne künstlich in die Länge zu ziehen. Im 9. Jahrhundert soll der Mönch Wallerfried Strabo dort einen Klostergarten, Hortulus, angelegt haben. Doch nicht nur das, er soll darüber Gedichte verfasst haben. Diese liegen heute noch vor. Die Ersterscheinung wird mit dem Jahr 827 angegeben. Der erste tatsächliche Druck erschien in Wien inmitten der Zeit der Renaissance, in Wien 510. Es klafft eine Lücke von knapp 700 Jahren. Doch nicht nur das. Die Wissenschaft spricht von der sogenannten Karolingischen Renaissance, die im 8. Jahrhundert von dem fiktiven Karl dem Großen und dessen Höfen ausgegangen sein soll. So schrieb man in der Renaissance, der Zeit der Jahrzehnte vor und nach dem Jahr 1500. Die 700 Jahre rücken eng zusammen, denn es gab keine Karolinger. Wer betreute nun tatsächlich die Kräutergärten? Der folgende Druck zeichnet sich dadurch aus, dass es in diesem Garten keine Hinweise auf das Christentum gibt. Der Stich aus der Zeit um 1500 zeigt einen umgrenzten Garten, in dem vier Frauen arbeiten. Sie tragen alle langes, freifallendes Haar. Kräutergärten waren Bestandteile eines Frauenberges. Frauen waren es, die sich mit Heilkunde auch Kräuterheilkunde auskannten. Nicht weit von der Insel Reichenau, 40 Kilometer südöstlich, befindet sich das berühmte Kloster St. Gallen, dessen Name sich ebenso von einem viel zu frühen Gallus ableiten soll. Gallus der Hahn passt besser zu den französischen Verschwörern gegen die alte heidnische Ordnung. In Kreisen der Chronologiekritiker gilt St. Gallen als Fälscherwerkstatt. In der Vita des Wallafried Strabo heißt es, er habe eifrig in der Klosterbibliothek der Reichenau studiert. Tatsächlich aber begannen die werdenden Christen erst um 1500 Bücher zu schreiben und zu sammeln. Der Fachmann Edwin Johnson schreibt, die Mönche seien zu dieser frühen Zeit des Beginns ihrer Tätigkeit träge und faul gewesen. Sie hätten wenig Neigung gehabt, sich in jedes Bildungselement hinein zu begeben, das ihnen überall nachgesagt wird. Zitat Ohne einen merklichen Fortschritt in der literarischen Kultur vergehen so langsam die Jahrhunderte. Wenn wir endlich zur Epoche des berühmten Tritemius gelangen, von dem es heißt, er sei in der bedeutsamen Zeit von 1480 bis 1520 Abt von Spunheim gewesen, so finden wir ihn im erbitterten Konflikt mit seinen trägen Mönchen, die sich nicht dazu bewegen lassen, die Heiligen Schriften oder irgendwelche anderen Bücher zu studieren. Der Abt hat die Angewohnheit, seine Mönche Frösche zu nennen. Sie wiederum beschimpfen ihren gelehrten Vater, wir wollen einen Abt, der die Felder pflügt, nicht einen, der mit Worten handelt. Und weiter Edwin Johnson zitierend Dass das Studium der Astronomie außerhalb der Klöster nirgends in Europa vor dem späten 15. Jahrhundert begann, ist einer der Beweise für die späte Entstehung des benediktinischen Bildungssystems. Diese Analyse teilt auch ein anderer katholischer Orden. Zitat Der größte Kritiker der Kirchengeschichte aus dem Jesuitenorden war der Franzose Jean Hardouin, 1646 bis 1729, dessen Ergebnissen Johnson durch eigene Forschung nahe kam. Kehren wir nach diesem Grundsätzlichen zurück zu den Kräutergärten auf der Reichenau. Kurze Zeit danach sah das anders aus, auch wenn das folgende Gemälde eines unbekannten Künstlers etwa 100 Jahre vor 1510 datiert wird. Wie oben sieht man in der linken Bildhälfte eine Drei-Frauen-Gruppe und davon abgesetzt eine vierte Frau, die zu Maria geworden ist. Der Garten ist üppiger geworden, farbig und in der rechten Bildhälfte zeigen sich die ersten christlichen Spuren. Michael, Georg, ein kleiner Drache und links davon ein Teufel. Ein anderer Heiliger dieser Region nahe Frankreich, neben Pyramin, ist der heilige Philipp von Zell aus der Pfalz, ebenfalls aus dem 8. Jahrhundert. Er ist einer der frühen Glaubensboten in der Pfalz und soll aus England stammen. Er siedelte auf dem heidnischen Osterberg, der vorher sicher in weiblicher Obhut lag. Ein Buchauszug verdeutlicht die Inszenierung männlicher christlicher Heiliger. Zitiert aus Klaus Herbers und Peter Rückert Pilger, Heilige und ihre Memoiren Tübingen 2012, Seite 155 folgende Ab etwa 1450 sind in Zell dann zunehmend Besuche und Weihegeschenke von Angehörigen des Hochadels feststellbar. Man kann fast sagen, dass Zell in dieser Zeit zu einem Modewallfahrtsort des deutschen Hochadels geworden ist. Als auslösendes Ereignis vermutete Peter Mora die Wallfahrt des Kurfürsten Ludwig IV. von der Pfalz und seiner Ehefrau Margarete von Savoyen im Jahr 1447 und die im Jahr darauf erfolgte Geburt des einzigen Kindes der Eheleute, eines Sohnes, der den Namen Philipp nach dem Heiligen von Zell erhielt und später von 1476 bis 1508 selbst als Kurfürst die Pfalz regierte. Offensichtlich resultierte aus diesem Ereignis die plötzliche überregionale Bekanntheit des heiligen Philipp von Zell, der auf diese Art und Weise zu einem Nothelfer der Kinderlosigkeit avancierte, obwohl sich aus seiner Vita und seinem bis dahin praktizierten Kult keinerlei Beziehungen zum Themenkomplex weibliche Fruchtbarkeit konstruieren lassen. Zitat Ende Solche Hinweise zeigen ein Doppeltes. Erstens, der Kult dürfte nicht aus dem 8., sondern eher aus dem 15. Jahrhundert stammen, also 700 Jahre nach seiner angeblichen Wirksamkeit. Und zweitens, ein ursprünglich weiblicher Kultus des Heidentums wurde zugunsten des neuen christlichen Kultus zerstört. Diese Verachtung des natürlich-weiblichen spiegelt sich auch in folgendem Zitat wieder aus gerade zitiertem Buch, und zwar den Habsburger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen betreffend. Zitat aus Pilgerheilige, Seite 157 Den gesellschaftlichen Höhepunkt der Zeller Wallfahrt bezeichnete wohl der Besuch der Königin Bianca Maria aus dem Mailänder Herzogengeschlecht der Sforza, die im Jahr 1494 den deutschen König Maximilian I. geheiratet hatte und im Jahr darauf von Worms aus, wohin ihr Ehemann den Reichstag einberufen hatte, nach Zell pilgerte, um beim heiligen Philipp Kindersegen für ihre Ehe zu erbitten. Obwohl die Königin in den folgenden Monaten die Wallfahrt noch dreimal wiederholte, blieb ihr Wunsch unerfüllt. Die Ehe war übrigens wohl auch aus diesem Grund äußerst unglücklich. Der König und spätere Kaiser Maximilian zeigte offene Verachtung gegenüber seiner Frau, die schließlich 510 in Innsbruck an Magersucht starb und von ihrem Ehemann nicht einmal eines Grabsteins für Würde geachtet wurde. Zitat Ende Es ist erkennbar, dass Frauen als Spielbälle der männlichen Machthaber benutzt wurden, gleichermaßen bei Christen und Humanisten. Bianca Maria Sforza war bereits die zweite Frau Maximilians, 1459 bis 1519. Er heiratete sie, weil er stets hochverschuldet war und durch diese Heirat 400.000 Golddukaten aus Mailand als Mitgift erhalten hatte. Geld, das er sonst von seinem Augsburger Bankhaus Jakob Fugger geliehen hatte. Jakob Fugger, 1459 bis 1525, galt als einer der reichsten Männer des damaligen Europas, welches er durch seine Unterstützung für das Haus Habsburg beeinflusste. Fugger finanzierte den Aufstieg Kaiser Maximilians und anschließend auch maßgeblich die Wahl dessen Enkels des spanischen Königs Karl zum römisch-deutschen König. Es herrschten schon zu dieser Zeit Verhältnisse, wie wir sie von heute kennen. Die damalige Presse war in Person Albrecht Dürers auch hier anwesend. Albrecht Dürer lebte 1471 bis 1528. Hier sehen wir den Grabstein der Frau Martin Luthers Katharina von Bora in der Marienkirche in Torgau an der Elbe. Beachtenswert die beiden Gesten ihrer Hände. Die Haltung der rechten Hand ist auf vielen jüdischen Friedhöfen zu sehen. Diejenige der linken Hand ist mutmaßlich ein bestimmtes Erkennungszeichen logenartiger Zusammenhänge. Hier sehen wir die Tracht einer Wormser Jüdin aus dem 16. Jahrhundert. Thesaurus Pictuarum mit gelbem Ring, Gans und spezifischer Geste der linken Hand, ähnlich der Protestantin Katharina von Bora. Martin Luther hat in einigen Kirchen den Schwan als Symbol neben sich, etwa in evangelischen Kirchen in Hamburg oder Lüneburg. Schwäne gehören zur Unterfamilie der Gänse. Nachdem der Humanist Konrad Keltis Wittenberg verließ, ging er 1504 nach Böhmen, wo er Material für seine Germania Illustrata sammelte. Das ist ebenso beeindruckend wie der Weg des Keltis von Wien nach Wittenberg, denn der führende Rebell Böhmens gegen die katholische Kirche war Jan Hus. Keltis besucht die entscheidenden Orte der vorherigen und späteren Reformation. Oder sollte es doch nur eine einzige gegeben haben? Wer kennt den französischen Namen Jacques Lefebvre de Table, de Table, ich hoffe, ich spreche das richtig, um 1450 bis 1536? Dieser französische Theologe und bedeutende Humanist übersetzte als erster die komplette Bibel von der lateinischen in die französische Sprache. Seine Bibel erschien 1530 in Antwerpen. Vorarbeiten begannen schon 20 Jahre vorher. Auch antike Texte fanden sein Interesse. Es gab ab 1535 noch eine weitere Bibel in französischer Sprache in der Übersetzung von Pierre Robert Olivetan, der wie Luther von den hebräischen und griechischen Texten ausgegangen war. Calvin bevorzugte diese Variante. Luthers deutsche Übersetzung bewegte im Reich die Gemüter weitaus mehr als in Frankreich. Luther benötigte für seine Reformation den Buchdruck. Johannes Gutenberg, 1400 bis 1468, der Erfinder des Buchdrucks, hieß mit bürgerlichem Namen Gänzfleisch. Wobei man darauf kommen könnte, Gänz stehe für Gans und Gans wiederum für Martin Luther, denn der Schwan als Symbol Luthers gehört zur Familie der Gänse. Gänzfleisch war de facto dasjenige, was Luther unbedingt für seine Reformation brauchte, denn ohne Buchdruck wäre seine Reformation nicht durchführbar gewesen. Mainz bringt man für gewöhnlich mit dem Ort dieser Erfindung in Verbindung. Tatsächlich aber war es die größte Stadt im Elsass, Straßburg, wo Gänzfleisch, gleich Gutenberg, lange lebte und studierte. Er kehrte erst später wieder mit dem notwendigen Wissen in seine Geburtsstadt zurück und entwickelte dort die schwarze Kunst, die der weiße Schwan dann siegreich verwendete. Seit 1402 predigte Johannes Hus, 1369 bis 1415, in tschechischer Sprache. Er hatte eingeführt, dass die Gemeinde im Gottesdienst auf Tschechisch singt und als Parallele Luther führte die deutschsprachige Bibel ein. Jan Hus kritisierte das lasterhafte Leben in der Kirche und den großen weltlichen Besitz der Kirche. Und Luther kritisierte den Ablass, mit dem sich die Gläubigen von Sünden freikaufen konnten. Hus trat für die Gewissensfreiheit ein. Luther in Worms angeblich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und Jan Hus sah in der Bibel die einzige Autorität in Glaubensfragen. Ganz wie Luther. Er sagte, sola scriptura. Jan Hus ist der Wegbereiter Luthers. Liest man Jan Hus als Janus, ist er der doppelgesichtige römische Gott. 1415 soll Jan Hus als Ketzer während des Konzils von Konstanz verbrannt worden sein. Parallele, seit 1517 galt Luther als Ketzer. Jan Hus kann auch als Jesus gelesen werden. Beide wurden angeblich hingerichtet. Man hatte Hus in Konstanz freies Geleit versprochen und, welches Luther nach Worms auch gewährt wurde, im Fall von Hus hielt sich die Kirche nicht an die eigene Zusage. Im Falle Luthers ging es gut, damit sich die Prophezeiung des sterbenden Hus erfüllen mußte und Deutschland dereinst in Flammen stehen muß. Denn, bevor Hus verbrannt wurde, soll er gesagt haben, heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan auferstehen. Denn Hus bedeutet auf Tschechisch Gans. Da haben wir sie wieder, die Prophezeiung. Ist es angesichts dieser Fülle von Sinnzusammenhängen nicht viel wahrscheinlicher, dass sich hier ein von Anfang an vorgenommener Plan seinen Weg bahnt? Rund hundert Jahre später sagte Luther, der diese Prophezeiung erstens offenbar kannte und dann auch noch mitspielte, er sei dieser Schwan. Jan Hus habe dies von ihm geweissagt. Aus der Asche der Gans werde ein Schwan auferstehen. Und nach anderen Quellen äußerte Luther 1531, Zitat, Johannes Hus hat von mir geweissagt, als er aus dem Gefängnis im Böhmerland schrieb, sie werden jetzt eine Gans braten, denn Hus heißt Gans, aber in hundert Jahren werden sie einen Schwan singen hören, den sollen sie leiden. Da soll es auch dabei bleiben, wenn Gott will. Zitat Ende. Und laut einer anderen Überlieferung soll Hus auf dem Weg zum Scheiterhaufen gesagt haben, »Heut in des argen Feuers glut, ein arme Gans ihr Braten tut. Nach hundert Jahren kommt ein Schwan, den sollt ihr ungebraten lahn.« »Lahn« heißt erleiden. Es wird nun weiter überliefert, dass der spätere Beschützer Luthers, Kurfürst Heinrich der Weise, in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober des Jahres 1517 einen Traum gehabt haben soll, der einen von Gott gesandten Mönch, von Art eines Sohnes des heiligen Paulus in Wittenberg, den Papst mit sehr spitzer Feder herausfordere. Die Quelle ist der Traum des Kurfürsten Friedrich III. oder des Weisen. »Herr Bruder, euer Liebe muss ich erzählen, was mir diese Nacht geträumet hat, und möchte ich gerne seine Bedeutung wissen, denn ich ihn so eigentlich und wohlgemerket und mir so tief eingebildet, dass mich dünket, ich könnte ihn nicht vergessen, wenn ich auch tausend Jahre leben sollte, weil er mir dreimal nacheinander vorkommen, doch immer verbessert.« Zitat Ende. Im weiteren Text ist dann von einer alten böhmischen 100-jährigen Gans die Rede. Und in einer Fußnote dieses Textes heißt es in Bezug auf die Gans, »Damit ist unbezweifelt Hus gemeint, von dem erzählt wird, er habe auf dem Scheiterhaufen gesagt, jetzt bratet ihr eine Gans, Hus bedeutet böhmisch Gans, doch in 100 Jahren wird ein Schwan, das steht für Luther, böhmisch gleich Schwan, kommen, den werdet ihr ungebraten lahmen. Die Traumversion des Kurfürsten wurde geschichtliche Wirklichkeit. Er hatte seinen Schützling zwar nie von Angesicht zu Angesicht gesehen, wie es heißt, er blieb auch katholisch in seinem Wesen und seinem wahnsinnigen Reliquentick, doch er war es, der, wie die Vorsehung es ihm angezeigt hatte, der Gönner eines Mannes, der auf dem Abort seine neue Religion erfahren hatte, Martin Luther. Humanist Tritemius prophezeit das Ende der alten Religion. Gemäß der mystischen Chronologie des Tritemius beginnt der Engel Gabriel im Jahre 1525, sieben Jahre nach dem Ableben des Abtes, seine 354 Jahre dauernde Regentschaft. Das bedeutet ein neues Zeitalter. Tritemius schreibt, die zukünftige Serie dieses Umlaufes würde Prophetie verlangen. Zitiert aus Chronologia Mystica, zitiert nach Deppen 49. Er will nicht als Zauberer oder Prophet erscheinen, also unterlässt Tritemius hier weitere Angaben und beendet seine Schrift. An anderer Stelle aber prognostiziert er eine Zerstörung der alten Religion bis zum Jahr 1525. 1524 und vor allem 1525 kam es in Süddeutschland und in Thüringen zu Bauernkriegen. Angeregt zunächst durch Luther und dann wesentlich intensiver durch Thomas Münzer, kam es zu einer Auflehnung gegen Rom und die Fürstenherrschaft. Letzteres wollte Luther nicht, da er wie Paulus die Herrschaft als Gott gewollt einschätzte. Er stellte sich auf die Seite der Fürsten und bezeichnete nun nicht nur Münzer, sondern auch das Wollen der Bauern als Teufelswerk. Noch vor dem Thesenanschlag zu Wittenberg stirbt Tritemius, er sieht aber die Spaltung der Kirche angeblich voraus. Begründet wird es mit einem Regierungswechsel des abtretenden Planetengeistes Samael zugunsten des die Dinge fortanleitenden Gabriel. Hier mag sich erneut die grundsätzliche Frage ergeben, war die Reformation von den Geschichtsfälschern geplant, entsprechend auch den vielen anderen kabbalistischen Planungen überhaupt? Oder entstanden katholische Kirche und Protestantismus in etwa gleichzeitig, um nach dem bekannten Prinzip Teile und Herrsche von dem eigentlichen gemeinsamen Gegner abzulenken, dem vorher noch lebendigen sogenannten Heidentum? Die gleiche Frage kann man grundsätzlich beispielsweise auch an die Evangelien stellen. Warum gibt es deren vier, beziehungsweise wenn man Apokryphe, also nicht im Kanon gelandete Evangelien mitzählt, zahlreiche weitere? Wilhelm Kammeyer untersuchte diese Frage in seiner wichtigsten Schrift, die Fälschung der Geschichte des Urchristentums. Um zu zeigen, dass die esoterischen Gedanken des Abtes Tritemius für die weitere Kulturgeschichte durchaus bedeutend sind, sei darauf hingewiesen, dass diese mystische Chronologie sich etwa in der Anthroposophie des Dr. Rudolf Steiners wiederfindet. Steiner lebte 1861 bis 1925. Denn nach dem nächsten oben erwähnten Planeten-Geist-Wechsel kamen wir nach Tritemius zur Herrschaft Michaels, dem Sonnenengel, der ab 1879 das Zepter übernommen haben soll. Steiner griff die Namen der Engel wie auch die Jahreszahlen auf. Die Anthroposophen glauben, dass mit diesem Datum 1879 das lichte Zeitalter anbreche. Steiner wurde 1879 18 Jahre alt und Nietzsche verließ seine Professur in Basel. Es gibt auch einen Tritemius-Verlag in der anthroposophischen Geisteswelt, wobei Tritemius unkritisch als Vorläufer gesehen wird, wenn man ihn dort überhaupt zur Kenntnis genommen hat. Im oben angekündigten Katastrophenjahr des Tritemius 1525 stirbt der Schutzherr Martin Luthers Friedrich der Weise mit der Frage, ob die Forderungen der Bauern nicht doch rechtens wären. Und die Reformation ist das bedeutendste Ereignis im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts im Deutschen Reich. Der Wortlaut dieser Prophezeiung lautet bei Tritemius, Dem König von Frankreich als Verfolger des Reiches konnten, einmal mehr, üble Machenschaften nachgewiesen werden. Zur Kälte hin wird sich eine große Monarchie oder irgendein großes Königreich verändern. Eine starke religiöse Sekte wird emporkommen und die alte Religion überwinden. Ausgehend von diesem Jahr der Christen 1508 bis zum Ende der Herrschaft des Samuel verbleiben 17 Jahre, in denen Zeichen und Figuren erscheinen werden, die den Beginn des Bösen anzeigen. Im Jahr der Christen 1525 nämlich werden die Kreuze, die man schon seit zehn Jahren in den Kleidern der Leute sieht, ihre Wirkung zeigen. Zitat Ende. Im gleichen Jahr 1508 soll Tritemius seine Chronologie verfasst haben, die aber erst 1545 in Augsburg gedruckt worden sein soll. Mit den oben zitierten Worten des 19. Kapitels endet die Chronologie auch schon fast. Es ist bemerkenswert, dass er den König von Frankreich als Verfolger des Reichs bezeichnet, ihn also kritisiert, was auch meine Ansicht ist. Soll dieser richtige Hinweis Tritemius als neutral erscheinen lassen? Er positioniert sich deutlich als treuer Sohn der katholischen Kirche. 9. Das Nibelungenlied und Worms Das Nibelungenlied gilt als bedeutendes mittelalterliches Heldenepos. Betrachtet man die Rezeptionsgeschichte, dann kann man allerdings schon stutzig werden. Im Mittelalter um das Jahr 1200 soll das Lied entstanden sein. Der zur Nibelungensage gehörende Stoff ist allerdings deutlich älter. Die sogenannte Wiederentdeckung des Liedes erfolgte jedoch erst 1757 durch Bodmer und 1782 durch Müller. Also erst im 18. Jahrhundert. Es gibt verschiedene Handschriften des Nibelungenliedes. Die Handschrift der folgenden Abbildung stammt aus der Renaissancezeit um 1480 bis 1490. Dargestellt wird die Ermordung Siegfrieds. Ein heilloses Durcheinander erschwert eine klare Zuordnung. Die späte Entdeckung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts könnte durchaus auch die Entstehungszeit bezeichnen. Denn wie oft lesen wir chronologische Diskrepanzen von einigen Jahrhunderten, wie in folgender Interpretation von Hermann Stote, zitiert aus das Nibelungenlied Stuttgart 1956, aus dem Vorwort, Zitat Die mittelhochdeutsche Dichtung, der reinste Ausdruck des deutschen Lebens in seiner kulturellen Hochblüte um 1200, war jahrhundertelang versunken. Erst die Romantik hat sie wieder entdeckt und als etwas Großes und sonderlich Deutsches gewürdigt. Zitat Ende Während der Reise der Burgunder an Etzelshof stößt Hagen allein auf zwei badende Meerfrauen, denen er heimlich die Kleider stiehlt. Die beiden Frauen, deren Namen Hadeburg und Siegelind sind, bieten Hagen an, ihm im Austausch für die Rückgabe ihrer Kleider vorauszusagen, wie die Reise an Etzelshof ausgehen wird. Die beiden weissagenden Wasserfrauen warnen ihn, allen stehe der Untergang bevor. Bei den beiden weissagenden Wasserfrauen handelt es sich tatsächlich um die drei heiligen Frauen, die überall auftauchen können. Würde das Nibelungenlied tatsächlich aus der Zeit um 1200 stammen, dann wären die drei Schicksalsfrauen nicht nur eine Nebensächlichkeit am Wegesrand, dazu nur in der Zweizahl, sondern zentraler Bestandteil des Geschehens. Die Burgunder sind aber bereits Christen. Die christlich-männliche Dreifaltigkeit hat sich an die Stelle der weiblichen Dreifaltigkeit gesetzt. So ist der heute vorliegende Text frühestens in der Zeit des Renaissance-Humanismus entstanden. Der Übersetzer des Nibelungenliedes, Karl Simrock, hat die drei Frauen ernst genommen. Er schrieb 1868 zu Worms in Verbindung mit den drei heiligen Frauen, Dass Worms im Liede als Sitz der Burgundenkönige erscheint, hat man als der Geschichte nicht widersprechend nachgewiesen, indem wirklich die später an den Rotten oder Rodanus gezogenen Burgunden zuerst am Mittelrhein gewohnt hätten. Eine andere Frage ist, ob dies veranlasst hat, Worms zum Schauplatz der Sage zu machen. Ein mythischer Bezug hängt nämlich schon in dem ältesten Namen dieser Stadt, und dies könnte die Anknüpfung der Heldensage vermittelt haben. Bekanntlich lautete er einst Borbeto Magus. Da Magus Feld bedeutet, hieß es schon bei Rheinland 76, so ist dies nicht sowohl der Name der Stadt als des Gaus, das wir auch Worms Feld genannt finden, wie Maifeld und Maiengau wechseln. In Borbet, das uns für den Namen der Stadt übrig bleibt, ist das anlautende B später zu W geworden, wir werden aber sogleich sehen, wie W und B mundartlich wechseln. Nehmen wir es indes für Borbet, so erkennen wir leicht den urkundlich vielfach beglaubigten Namen einer Triaphata, die, deutschem und keltischem Glauben gemein, uns deutschen Schwestern, den romanisierten Kelten, Mütter oder Matronen hießen. Ausführlich habe ich von ihnen Handbuch der Mythologie gehandelt. Im südlichen und nordwestlichen Deutschland, also in unserem Rheinland, kommen diese Schwestern unzählig oft wieder. Sie werden noch jetzt zum Teil mit veränderten Namen als Heilige verehrt. In der kölnischen Diözese mit dem Erzbischof Pilgrim, nicht dem Passauer, unter dem Namen der drei christlichen Kardinaltugenden, Spees, Fides, Caritas. In der tierischen zu Bornhofen, zu Auf unter verschiedenen, im südlichen Deutschland in weit entlegenen Landesteilen, Tirol, Worms und Straßburg, in Oberbayern und Niederbayern, unter sich stets gleichbleibenden, nur wenig abweichenden Namen, welche sich auf Einbett, Willbett und Warbett zurückführen lassen. Das gemeinsame Bett kehrt auch sonst gern wieder, wo die drei Schwestern jetzt unter anderem Namen verehrt werden, und selbst in der kölnischen Diözese ist das zum Beispiel in Bettenhofen der Fall, so dass selbst unseres Beethovens Name hierher gehören könnte. Nach Panzer, Bayerische Sagen, verehrt man sie als Anbett, Querbett, Willbett, zu Meerransen in Tirol, Einbett, Wollbett, Willbett, zu Schledorf in Oberbayern, Einbett, Querbett, Fierbett, zu Leuchtstädten in Oberbayern, Einbett, Warbett, Willbett, zu Schildturm in Niederbayern, Einbede, Warbede, Willbede, zu Worms, Einbett, Warbett, Willbett, in Straßburg. Die letzte Namensform, unter welchem die mittlere Schwester erscheint, Warbetta, kann zur Erklärung des alten Namens Borbettomagus verwandt werden. Wir sahen unter drei, dass in St. Gebärbett B statt W eingetragen war. Wandeln wir den urkundlichen Namen Warbetta in derselben Weise, wie wirklich Barbett bei Panzer 69 begegnet, so haben wir Borbetta, also gerade die Namensform, die wir bedürfen. Von Borbett, der Mittleren der drei Schwestern, wird also Worms, Borbettomagus, heißen, und es liegt nahe, ähnliches von dem alten Namen der Stadt Metz, Civitas Mediomatricorum, zu vermuten. Von der Mittleren der drei Schwestern, die den Kelten Mütter hießen, hat auch sie den Namen. Diese Mittlere ist die Mächtigere der Dreie, ja die eigentliche Gottheit, die sich in ihren Schwestern nur vervielfältigt. So steht auch in Uppsala Thor als der mächtigste in der Mitte zwischen Wodan und Frico. Da wir diese, die nicht zufällig in allen sechs Meldungen in der Mitte stehen kann, bei Panzer auch Held, ja Rachel, die rächende Hell, genannt finden, so ergibt sich, daß sie Hel, die verborgene Göttin, ist, die als Göttin der Unterwelt ebenso Tod als Leben spendet, indem alles Leben von ihr ausgeht und wieder in ihren mütterlichen Schoß zurückkehrt. Dazu stimmt, daß diese drei Schwestern, die wir den Nornen, deutschen Parzen, gleichstellen dürfen, bei Panzer auch Hellrätinnen genannt finden, weil sie die Schicksale der Menschen berieten, ja, daß sie nicht nur wieder die Pest angerufen wurden, sondern auch bei Entbindungen Hilfe gewährten, wie Schwangere auch bei den Alten, die Diva Triformis anriefen. Ihre Namen sind mit der Endung Bett zusammengesetzt, wie wir auch von Hühnenbetten, von Brunehildebette usw. wissen, was ich im Handbuch der Mythologie 368 auf den heidnischen Opferaltar Piot Gotus Biot oder Pettigott Badilectis Ternium gedeutet habe, der in dem Walde Lukus stand, der ihnen einst geheiligt war und der jetzt der Gemeinde von ihnen geschenkt werden sollte. Nimmt man diesen zweiten Teil der Zusammensetzung, Bett, als nur auf ihren Tempel oder Hof bezüglich hinweg, so erklärt sich die erste Silbe in Einbett aus Agin, Egin, Schrecken, wie Einhard auch Eginhard heißt. Sie ist die Todesgöttin, die finstere Seite der Hehl. Freundlicher lautet der dritte Name Wilbett, die Willfährige, Wunsch- und Willengewehrende, die lichte Seite der verborgenen Göttin. Nicht so einleuchtend ist der mittlere Name, Wabett oder Gwerbett aus Zwist und Streit zu erklären, doch kann er auf den innigen Gegensatz im Wesen der Göttin, die bald lohnend, bald strafend auftritt, bezogen werden. Die Namen aus der deutschen Sprache zu deuten, gestattet Cäsars Meldung über die Vangionen in Ariovists Heer, womit Tacitus und Plinius stimmt. Sie wohnen, ein deutsches Volk, im keltischen Lande, weshalb es nicht auffallen kann, wenn der Name ihrer Hauptstadt, Borbeto Magus, eine Vox Hybrida ist, da wir Magus als ein keltisches Wort kennen. Wir sehen aber, wie ich schon in meinem Handbuch auf Seite 368 bemerkte, wie irrig die Annahme unserer rheinischen Altertumsforschung über die Matronenkulte ist, dass alle diese Gottheiten der keltischen, nicht der germanischen Sprache angehörten, wogegen sich Grimm schon bei der Gelegenheit der den Matronis Avagastiabus und Andrusteciabus gewidmeten Votivsteine aussprach. Ob auch die Namen Grimhild und Brunhild, die wir in den Nibelungen in Worms finden, auf die beiden entgegengesetzten Seiten der Unterweltsgöttin zu deuten seien, getraue ich mir nicht zu entscheiden. Gewiss ist nur, dass Hilde eine Nebenform von Hel ist. Es steht für hielende wie spielende und spielende und bezeichnet die verholene und verhehlende, verborgene und verbergende Göttin. Wenn in Grimhild die erste Silbe nicht aus Grima, Larve, Helm, Rüstung, sondern aus Grimm, Wut, Atrokitas zu deuten ist, wie in der Edda nicht sie, sondern ihre Mutter Grimhild heißt, so möchte sie an die finstere Seite der Göttin gemahnen, obgleich die im ersten Teil doch holzselig erscheinen war, erst im zweiten, als ihres geliebten Gemahls als furchtbare Rächerin auftritt. Kleine Druck versehen, einige fehlende Zirkumflexe, einige Do für das Da unter Umständen bittet man zu verbessern. Bonn im Juni 1868 Ende des Zitats aus dem Buch von Karl Simrock In Worms scheint alles dafür zu sprechen, dass Worms Sitz der Burgunder zur Zeit des Nibelungenliedes gewesen war. Ein Privatgelehrter kam zu einem anderen Ergebnis. Große Bekanntheit erlangte Heinz Ritter Schaumburg mit seinem Buch »Die Nibelungen zogen nordwärts«. Ritter suchte nach der ursprünglichen Form der Nibelungensage und stieß auf die Tittrex-Saga. In dieser Sagensammlung gibt es Parallelerzählungen zum Nibelungenlied. Zitat von Seite 15 »Aber was für eine seltsame Nibelungensage ist das. Hier ziehen die Nifflungen, nicht Burgunden, mit tausend Gewappneten, im Nibelungenlied zehntausend, von ihrer Burg Wernica, nicht Worms, aus und reiten, bis sie an den Rhein kommen, da wo Duna und Rhein zusammenströmen. Dort schlagen sie ihre Zelte auf, sie setzen über den Rhein und nicht über die Donau. Die Tittrex-Saga versetzt den geografischen Raum beidseitig des Rheins nach Westfalen und nicht im weiter südlich gelegenen Worms, Bayern und Ungarn, das Ziel der Reise. Ziel in der Tittrex-Saga ist Soest, die älteste Stadt Westfalens. Alles weist dort kleinere und realistischere Dimensionen auf. Und auch Heinz Ritter betont, Zitat von Seite 23 »Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte keiner in Deutschland, keiner gar im Ausland, je von ihnen gehört.« Zitat von Seite 29 »Am Nibelungenlied entwickelte sich die germanistische Wissenschaft. Es war ihr Königsthema.« Zitat Ende »Damit hatten die Deutschen auch so etwas wie die Griechen mit ihrem Homer, der definitiv eine Erfindung aus der Renaissance ist. Dennoch sind viele zentrale Fragen zum Nibelungenlied noch offen, also ungeklärt. Ein Original des deutschen Nationalepos gibt es nicht. Der Verfasser ist unbekannt. Der Verdacht einer Fälschung ist auch hier naheliegend.« Das Hauptmotiv des Nibelungenliedes ist die Rache der Krimhild, obwohl diese bereits Christin ist, wie auch der Hof von Burgund, der in Worms angesiedelt ist. Der Autor Rudolf Kreis mutmaßt in seinem Buch »Wer schrieb das Nibelungenlied?« »Ein Täterprofil« oder »Die Krimassen des Sakralen und der Große Mord« »Würzburg 2002« einen jüdischen Verfasser. Er betrachtet das Nibelungenlied im Kontext der Kreuzzüge, die offiziell auch in die staufische Minnezeit des 13. Jahrhunderts gelegt werden. Zitat von Seite 15. »Ging doch der Eroberung Jerusalems durch Gottfried von Bouillon die Vernichtung der Wormser Judengemeinde 1096 voraus. Das europäische, aschkenasische Judentum aber blickte damals auf Worms als sein Jerusalem. Kreis fragt nach Beziehungen, die von der offiziellen Forschung kaum oder nicht berücksichtigt werden. Etwa, wenn er die Kreuzungsschlacht von Hattin am 4.7.1187, die für die fränkischen christlichen Kreuzfahrer eine Katastrophe darstellte, mit dem blutigen Ende der Burgunder in Etzelburg in Verbindung setzt. Dieses ist ein widerliches Abschlachten, das ich nicht mit dem deutschen Wesen in Verbindung bringen kann. Wenn die Burgunder dann das Blut ihrer gerade gefallenen Kameraden trinken, um ihren quälenden Durst zu löschen und Hagen dieses als Krimhilds Wein bezeichnet, so ist diese eucharistische Anspielung am Ende des Epos doch sehr abstoßend. 10. Klein Jerusalem und ältester jüdischer Friedhof Europas Wie auch im Fall des Wormser kirchlichen Lebens der Stadt Worms durch Bischof Burchardt, so soll auch das jüdische Leben dort um das Jahr 1000 geblüht haben. 1034 soll die erste Synagoge auf deutschem Boden erbaut worden sein. Man spricht mit Blick auf das alte Worms Varmayisa oder auch von Klein Jerusalem. Der jüdische Friedhof gilt als ältester kontinuierlich erhaltener Friedhof Europas. Die Blütezeit der Wormser Talmudschule Yeshiva wird für das 11. bis 13. Jahrhundert angegeben. Einige bedeutende jüdische Gelehrte sollen von hier aus einflussreich gewirkt haben, unter anderem Eleazar ben Yehuda ben Kalonimus, genannt Rokeash, Yehuda ben Baruch, Rabbi Meir aus Rothenburg an der Tauber, Rabbi Salomon Yitschaki, genannt Rashi. Rashis Heimatstadt liegt in Frankreich, genauer in Troyes. Heute kann man neben der Synagoge in Worms auch das unterirdische Ritualbad, Mikve, und die nach ihm benannte Rashi-Kapelle besuchen. An der Synagoge ist eine hebräische Stifterin Schrift von angeblich 1034 zu sehen. Flavius Josephus in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts schrieb angeblich vor knapp 2000 Jahren eine jüdische Geschichte um die Zeitenwende, also um 1000 Jahre vor dem Aufblühen der Wormser jüdischen Gemeinde. Danach geschah nichts dergleichen. Bis in die Neuzeit hinein gab es keinen weiteren Versuch, eine allgemeine jüdische Geschichte zu schreiben. Eine riesige Lücke entstand bis in die Neuzeit. Der zeitgenössische Historiker aus Tel Aviv Schlomo Sand erklärte in mehreren Büchern, dass es weder ein jüdisches Volk noch ein jüdisches Land in der Antike gegeben habe. Volk und Land seien von der jüdischen Religion zu unterscheiden. Zitat Seite 78 folgende Die Knospen der nationalen Ideologie noch halb in den Wipfeln der Religion verborgen, sehen wir erstmals im 17. Jahrhundert im politischen Frühling der puritanischen Revolution in England aufblühen. Vielleicht kann man sagen, dass die eigentliche Befruchtung bereits im 16. Jahrhundert mit der Abkehr der anglikanischen Kirche vom Papst in Rom stattfand. Zitat Ende Gute 100 Jahre vor Schlomo Sand erkannte auch Edwin Johnson, dass es eine jüdische Stadt Jerusalem vor der Römerzeit nicht gegeben hatte. In der diesbezüglichen Stadt Elia Capitolina wurde, Zitat, nicht eine einzige Münze oder Zeile mit echter hebräischer Inschrift auf Stein oder Pergament entdeckt, die von der Besatzung des Ortes durch ein kriegerisches Volk von Hebräern oder Judäern zeugt. Zitat Ende Aus Der Aufstieg der englischen Kultur Seite 212 Konkrete Spuren gab es demgegenüber in Westeuropa knapp 1000 Jahre später. Nochmal Edwin Johnson zitierend von Seite 109 Die ersten Orte des jüdischen Gedeihens und der jüdischen Kultur sind die Städte des Landes Separat, also Cordoba, Toledo und andere spanische Städte. Einer der wichtigsten Namen diesbezüglich ist Moses Maimonides, dessen Lebensdaten um 1135 bis 1204 angegeben werden. Nochmal Johnson zitierend, Seite 110 Die heiligen hebräischen Schriften wurden nur unweit der Zeit des Maimonides verfasst. Daraufhin begann ihre Rezitierung in den Synagogen und die Kommentierung durch die Rabbiner. Wenn für Worms bereits die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts angegeben wird, so ist dieses frühe Datum zweifelhaft. Wie im Allgemeinen, so wird auch speziell in Worms von Judenverfolgungen berichtet. Aus welchem Grunde diese Progrome oder sonstige Schädigungen erlitten wurden, wird demgegenüber nicht berichtet. Gemäß mancher Aussage des Talmud ist der Hass gegen Juden durchaus angelegt, wenn es etwa heißt, Zitat aus Sanhedrin 104a, Wer einen Nichtjuden an seinem Tisch sitzen lässt, führt die Vertreibung seiner Nachkommen herbei. Zitat Ende. In Worms gab es eine Talmud-Schule. Welche Texte findet man im Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums, die Anlass zu Judenverfolgungen sein können? Hier einige Textpassagen im Wortlaut. Im Talmud werden Juden als Menschen bezeichnet, Nichtjuden nicht als Menschen bezeichnet. Aus Bava Messia 114b. Sobald der Messias kommt, sind alle Sklaven der Juden. Aus Erovin 43b. Was Raub betrifft, wenn einer bestiehlt oder ausraubt oder ähnliche Verbrechen begeht, muss die Beute zurückgegeben werden, wenn es sich um eine Straftat eines Nichtjuden gegen einen anderen Nichtjuden handelt. Genauso verhält es sich, wenn die Straftat gegen einen Israeliten von einem Nichtjuden ausgeführt wird. Aber wenn die Straftat von einem Israeliten gegen einen Nichtjuden ausgeht, darf die Beute zurückgehalten werden. Aus Sanhedrin 57a. Und weiter aus Sanhedrin 57a. Auf Mord von einem Nichtjuden an einem Nichtjuden oder von einem Nichtjuden an einem Juden folgt die Todesstrafe. Aber wenn ein Israelit einen Nichtjuden ermordet, folgt keine Todesstrafe. Wenn ein Nichtjude einen Juden schlägt, ist er des Todes, so steht es geschrieben. Derjenige, der einen Israeliten gegen das Kind schlägt, handelt so, als habe er gerade die göttliche Präsenz angegriffen. Es steht geschrieben, Wer einen Menschen, im talmudischen Sinne also einen Israeliten, schlägt, attackiert den Heiligen. Im Alten Testament gibt es auch Andeutungen in Bezug auf das sogenannte auserwählte Volk der Juden, wie etwa 1. Buch Mose, Vers 27, 29, vergleiche auch Jesaja 40, Vers 15, Zitat, Völker müssen dir dienen und Leute müssen dir zu Fuße fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Kinder müssen dir zu Fuße fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Zitat Ende. Edwin Johnson formulierte grundsätzlich mit Blick auf die Bibel, Zitat, Wir werden uns der Absurdität gewahr, als Fundament unserer Bildung ein Buch zu nutzen, in welchem der Allmächtige die Natur der von ihm geschaffenen Erde und das Entstehen vieler Millionen Seelen ignoriert, die ihre Abstammung nicht auf Sem zurückführen können. Zitat Ende. Weitere markante Frauenorte im weiteren Umland von Worms Karlsruhe wurde als junge Gründung vorgestellt. Das alte Zentrum dieser Gegend war der östlich liegende ältere Ort Durlach. Verbunden wurden die Städte durch die gerade verlaufende Durlacher Allee. Der Bergfried weist die staufischen Buckelquader auf. Mit dem Berg sind zahlreiche Sagen verbunden, sodass in der Buchreihe Die Sagen Badens ein eigener Band, Nummer 35, Die Sagen von Karlsruhe Durlach, herauskamen. Zahlreiche Sagen handeln von einer Jungfrau. Kehren wir zurück zum Triefels. In knapp 60 Kilometer Luftlinie Entfernung von dem Betenort Triefels liegt die Stadt des einstigen Konkordates Worms. Die nächstgrößere Stadt bei Triefels ist Landau. Auch dort gibt es deutliche weibliche Spuren. So ist die heutige evangelische Stiftskirche aus dem 13. Jahrhundert ursprünglich Maria geweiht gewesen. Auch die sehr junge katholische Pfarrkirche trägt das Patrozinium Maria Himmelfahrt. Innerhalb der alten Marienkirche ist die Vermählung der heiligen Katharina mit Jesus als Malerei zu sehen. Die Katharinenkapelle wurde bereits 1344 in Verbindung mit einem Beginenkloster errichtet. Beginen waren freie Frauen, die uns sicher über die Frauenberge erzählen könnten, die sie möglicherweise einst bewohnten. Katharina vertritt sozusagen die anzunehmende geistige Anwesenheit der drei heiligen Frauen in Landau. Auch in Landau stand eine Reichsburg, die 1308 abgebrochen wurde. Die Entfernung zum Triefels im Westen betrug etwa 12 Kilometer. Weitere Hinweise für ein weibliches Umfeld von Worms Ist die Burgendreifaltigkeit des Triefels nur das Zentrum von einem größeren Kulturbereich gewesen? Dieser Eindruck hat sich bei mir gebildet, als ich die Berge des Umkreises näher betrachtete. Im Südwesten, etwa 6 Kilometer Luftlinie von Anweiler, liegt die Madenburg, die eine der ältesten und auch größten Burganlagen der Pfalz ist. Doch der Name fügt sich fließend in die Triefelsburgen ein, denn unter Hinzufügen des Buchstabens I wird die Madenburg zur einstigen Meidenburg. Wem das zu gewagt erscheint, wird durch die nebenliegende Ruinenanlage doch nachdenklich werden. Denn auf dem Gelände nördlich der Meidenburg befindet sich eine noch weitaus größere Anlage mit zahlreichen Steinen, Steinhaufen und wallartigen Gebilden. Mit der Meidenburg wurde auch der Name Patenopolis verwendet, was im griechischen Jungfrauenstadt bedeutet. Der Name Patenopolis wird für das Jahr 1076 erstmals erwähnt. Es ist ungewiss, ob damit die Madenburg gemeint ist, möglicherweise auch ein größerer Bereich um die Burg herum. Die Madenburg liegt am Hang des Roten Berges. Genau 100 Jahre später, 1176, soll schon ein christlicher Name auftauchen, Castum Bete Marie Virginis, also eine Marienburg. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, Jahrhunderte zu früh, da diese christlichen Namen erst im Zuge mit dem Renaissance-Humanismus entstanden sein dürften. Ähnlich unwahrscheinlich hieß der Herr der Meidenburg Graf von Madalenburg, wo auch schon das I weggelassen wurde. Gesichert ist, dass die Meidenburg Buckelquader aufweist, also den sogenannten Staufern zugeordnet wird. Diese Burg ist wohl in gleichem Zeitraum wie die Triefelsburgen entstanden. Diente sie der Verteidigung der Deutschen gegen die werdenden Franzosen? Bechtheim und Bechtholsheim sind weitere weibliche Orte. Etwa 12 Kilometer nördlich von Worms liegt der Ort Bechtem, Bechtheim, in den Weinbergen. In Bechtheim gibt es eine sehr schöne romanische Kirche, um die sich ein Trägerverein verdient gemacht hat. Und wiederum in etwa 12 Kilometer Entfernung liegt nordwestlich von Bechtheim Bechtholsheim. Orte, in denen namentlich nur eine der heiligen drei Frauen verehrt wurde, gibt es außer Worms etwa in Genegenbach im Schwarzwald, die Jakobuskapelle, Berkle, auf einer Anhöhe über der Stadt und dessen Wahrzeichen ist ein Einbeten-Heiligtum, wie es im Kirchenführer der Stadt heißt. Das Narrenmuseum im Nigelturm mit seinen vielen Hexen könnte neben der Fastnacht auch auf eine einstige Zeit wissender Frauen hinweisen. In Hessen gibt es den Ort Hofheim am südlichen Taunus zwischen Frankfurt und Wiesbaden gelegen. Die Hofheimer wurde von den umliegenden Ortschaften die Ambeten genannt. Das dürfte einzigartig in Deutschland sein. 1964 hat man einer der drei heiligen Frauen, der Ambet, ein Brunnendenkmal gesetzt. Der Heimatforscher Helmut Hinkel Dey schreibt in seinem Buch die Hofheimer Ambet Geschichten Geschichte und Fastnacht Seite 25 Ein außergewöhnlich schöner und bemerkenswerter Brauch wird in Hofheim im Taunus geübt. Dort regiert an Fastnacht nicht der Faschingsprinz, sondern Mutter Ambet. Mutter Ambet zeigt sich beim Umzug auf einem Wagen als alte weiße Frau, umgeben von einer großen Kinderschar. Mutter Ambet, Mutter Anna, Frau Holle, die Hüterin des Lebens und der natürlichen Ordnung schickt ihre Jungfrauen auf die Erde. Man vergleiche die Sagen von der Häufig steigen diese nach der Sage auch aus einer Quelle, dem Born des Lebens. Aus diesen Beispielen sehen wir schon, dass in den alten Fastnachtsbräuchen drei bis viertausend Jahre alte religiöse Vorstellungen wesen, ja, dass die Bräuche nichts anderes sind als Restformen des Kultes. Zitat Ende. Wie in Gegenbach spielt in dem Betenort die Fastnacht eine wichtige Rolle. Das weist, wie beim Kölner Karneval darauf hin, dieses neckische Treiben einst auf die Göttinnen in Zusammenhang stand. Hofheim hat einen Karnevalsverein, der die Ambet, hier mit zwei T geschrieben, im Jahre 1960 in den Mittelpunkt der Hofheimer Fastnacht stellte. In Hofheim gibt es auch einen Hexenturm. Auch die Anwesenheit von den sogenannten Römern könnte auf die Kultur der Beten und ihren Frauenbergen hinweisen. Untertitel Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020